Ein dichter Dschungel, giftige Sümpfe, stürmische Wüsten und eine trostlose, zerstörte Lava-Landschaft. All das auf einer einzigen Insel voll mit den gefährlichsten Dinosauriern, die jemals gelebt haben. Egal ob groß oder klein, im Wasser oder in der Luft. Kein Ort ist unbelebt und vor allem kein Ort ist sicher. Und ich glaube, ihr wisst genau, was jetzt kommt. Ich werde versuchen, für 100 Tage lang auf dieser Insel zu überleben und nehme euch dabei mit auf meiner Reise. Herzlich willkommen bei Minecraft Dinosaur. Am ersten Tag spawnte ich an einem kleinen Strand, welcher an einem riesigen Dschungel angrenzte. Auf der Karte befand ich mich jetzt ungefähr dort. Ich sah mich ein bisschen um und fand direkt meinen ersten Dinosaurier. Na Kollege, was geht? Oh Gott. Ja, du siehst eigentlich nicht wie ein Fleischfresser aus. Bisschen Angst habe ich aber schon vor ihm. Ich glaube, ich sollte mir erstmal ein bisschen Stuff ranholen. Also farmte ich ein bisschen Holz, craftete mir die ganzen Standard-Tools und fand sogar direkt schon ein bisschen Kohle. Was im Nachhinein sehr gut war, weil es bei Nacht echt extrem dunkel wird. Naja, als nächstes schwamm ich auf jeden Fall ein bisschen im Meer herum mit der Hoffnung, ein paar Fische für Essen zu finden. Keine Ahnung wieso, aber ich fand keinen einzigen. Was ich aber fand, war eine riesige Menge an Krabben, welche sich am Strand aufhielten. Oh mein Gott, Leute, was ist das hier bitte für ein Krabbenparadies? Wieso chillen hier so viele von denen? Aber ich will mich nicht beschweren. Ist gutes Essen für mich am Anfang. Ähm, Leute, was ist das? Da ist noch irgendein Dino. Ey, du siehst cool aus. Soll ich dich hier mal befreien? Ja, und während ich mit dem Kollegen da beschäftigt war, wurde es dann auf einmal ganz schnell Nacht. Da ich noch keinen wirklich guten Stuff hatte und nicht an Tag 1 schon sterben wollte, verbrachte ich dann die ganze Nacht in einem kleinen Unterschlupf und briet mir dort mein Essen. An Tag 2 wollte ich eigentlich ein weiteres Mal im Meer nach Essen suchen gehen, musste dabei allerdings feststellen, dass ich in dieser Welt nicht ansatzweise an der Spitze der Nahrungskette stand. Oh mein Gott, Leute. Was ist das bitte? Was? Was ist das für ein Monsterhai da gerade gewesen? Ich weiß nicht, ob ich mich hier ins Wasser trauen sollte. Ich glaube, ich muss es euch nicht extra erklären, Leute, aber natürlich geht man nicht ins Wasser, wenn dort ein freaking riesiger Megalodon rumschwimmt. Keine Ahnung, wieso ich das gerade trotzdem mache. Äh, ich glaube, ich war da einfach ein bisschen lebensmüde. Zum Glück bin ich dann wieder zur Vernunft gekommen und habe das Wasser erstmal verlassen. Ich wusste jetzt aber auf jeden Fall, dass das Überleben in dieser Welt überhaupt nicht leicht sein wird und beschloss deswegen ein bisschen Eisen für Rüstung suchen zu gehen. Was ist das da unten? Da ist irgendwie ganz viel Holz und so. Das könnte ein Dungeon sein. Ich weiß echt nicht, ob ich da hingehen sollte. Mit ein bisschen Eisen im Gepäck machte ich mich dann schon wieder zurück an die Oberfläche und fand am nächsten Morgen dann diese Kreatur hier im Wasser. Eieiei, hier geht es ja auch ziemlich tief runter. Aber was bist du? Ähm, vielleicht hätte ich es nicht angreifen sollen. Oh nee, Leute, das Ding verfolgt mich. Was ist das? Schnell rein hier und das Eisen nehmen. So, komm doch her, Kollege. Wo bist du, hä? Ja, jetzt hast du dich entschlossen, wieder im Wasser zu schwimmen. Alter, er ist tot. Holy shit, was war das? Ihr seht, Leute, hier gibt es echt extrem gefährliche Kreaturen. Den Rest von Tag 3 tötete ich dann auf jeden Fall noch ein paar weitere Krabben und wollte mich als nächstes auf die Suche nach einem richtigen Ort zum Leben machen. Wir sind mittlerweile schon an Tag 4 und chillen immer noch hier im Spawn rum. Das kann es doch nicht sein. Deswegen werde ich jetzt mal eine kleine Erkundungstour hier in den Dschungel starten. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass hier jetzt auf einmal irgendein riesiger Dinosaurier kommt. Aber wird schon schief gehen, heh heh. Ja, Leute, auf einen riesigen Dinosaurier bin ich dann zwar nicht getroffen, aber auf etwas meiner Meinung nach viel Schlimmeres. Was ist das? Ach du Kacke. Hä? Ist es weg? Oder... Nee, wartet mal. Wenn ich da jetzt dichter rangehe, dann kommt da eine fleischfressende Pflanze raus. Kann man den vielleicht irgendwie töten? Komm schon. Oh Gott, nee, nee, nee. Das klappt überhaupt nicht. Schnell weg hier, ey. Ganz ehrlich. Oh Gott, da ist noch einer. Nein, 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 nein. Hier sind ganz viele. Ey, was ist hier bitte los? Dieser Dschungel ist wirklich die absolute Hölle. Es sind diese Blätter da. Da ist alles voll mit den Kollegen. Ich glaube, es stimmt mir ab diesem Zeitpunkt alle zu, dass es absoluter Selbstmord ist, sich am Boden des Dschungels aufzuhalten, weshalb ich beschloss, mich nun auf den Baumkron weiter fortzubewegen. Okay, also da unten sieht man ja wirklich legit einfach nur Dunkelheit. Da ist wahrscheinlich alles voll von diesen Pflanzen und irgendwelchen Mobs. Da werde ich sicher nicht runtergehen. Jawohl, ich chillte dann die ganze Nacht oben auf einem Baum und mache da am nächsten Tag weiter mit meiner Wanderung. Okay, Leute, ich bin jetzt hier in diesem Bergabhang und hier traue ich mich auch mal wieder auf den Boden zu gehen, weil das ist ja relativ steinig hier und also hier kann legit nicht so eine fressende Pflanze sein. Das ist unmöglich. Hä, was chillt hier denn? Du siehst relativ friedlich aus. Oh Gott, ich wollte dich nicht sch... Oh nein! Ich wollte dich nicht schlagen. Das Tier ist auch so stark. Schnell weg hier, schnell weg hier. Einmal kurz regenerieren und komm her, Kollege. Jawohl, er ist down. Das war anscheinend ein Deinoticus? Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hat sauviel Fleisch gedroppt, was echt gut ist. Mein Krabbenvorrat neigt sich nämlich langsam dem Ende zu. Ich glaube, ich werde mich hier mal ein kleines Lager aufstellen und die dann einfach... Nein, noch so eine Pflanze. Ey, das kann nicht sein. Meine Lieblingskreaturen. Ja, Leute, in diesem Sinne machte ich mich wieder zurück auf einen Baum, briet mir dort mein Essen und wollte mich als nächstes auf den höchsten Punkt von diesem Dschungel begeben, mit der Hoffnung, von dort oben einen ungefähren Überblick über die umliegende Landschaft zu bekommen. Ja, Leute, ich bin jetzt hier oben angekommen, allerdings ist es so dunkel, man sieht absolut nichts mehr. Deswegen, ich werde wohl erstmal wieder warten müssen, bis es Tag wird. Ey, das Ganze scheint hier einfach ein riesiger Dschungel zu sein. Außer da, da ist irgendwie ein bisschen Strand und dazwischen scheint irgendwie so ein Fluss entlang zu gehen. Ich glaube, da wäre es ganz schlau, sich vielleicht erstmal hinzubewegen. Damit hatte ich auf jeden Fall erstmal einen ungefähren Plan und machte mich ganz vorsichtig den Berg hinunter. Auf der Karte befand ich mich jetzt ungefähr dort. Oh mein Gott, Leute, hier ist ein Zebra oder sowas. Ein Zebradino. Ich finde, der sieht auf jeden Fall so aus, als ob er uns gut was zu essen geben würde. Drei Fleisch nehmen wir mit. Nehmen wir dankend an, ganz ehrlich. So, Leute, und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wo der Fluss ist. Ich dachte, ich muss eigentlich nur geradeaus gehen, aber ich habe mich mega verlaufen. Ja, und nicht nur, dass ich mich mega verlaufen hatte, es braute sich dazu auch noch ein Sturm zusammen und da ich keine Lust hatte, dass hier gleich alles von einem Tornado weggerissen wird, beschloss ich, die nächsten Tage unterirdisch in einer Höhle zu verbringen und währenddessen nach Materialien wie Eisen und Dias zu suchen. Leute, wollt ihr mal sehen, wie es aussieht, wenn ich die Fackel aus der Hand nehme? Ja, hier, gönnt euch mal. So, es ist einfach pur schwarz. Ich will hier echt nichts riskieren. Ich baue mir jetzt hier einen kleinen Unterschlupf, Leute. Hier werde ich jetzt erstmal die Nacht verbringen, ey. In diesem Sinne baute ich mir einen kleinen Minengang, fand direkt eine Höhle und danach relativ schnell sogar bereits meine ersten Diamanten. Oh mein Gott, Leute. Dias, let's go. Nice, Alter. Doch als ich dann weiter erkundete, stieß ich auf etwas sehr, sehr Ekliges. Ich sage es mal so, falls ihr kein Freund von Insekten seid, solltet ihr jetzt vielleicht besser weggucken. Hä? Was ist das bitte? Das sind jetzt nicht so eine leckeren Viecher. Das sieht irgendwie aus wie so ein Nest oder so ein Tunnel von denen. Der kann mir wahrscheinlich nichts anhaben. Nee. Oh, was? Der droppt sieben Fleisch. Äh, ja. Sieben mal Käferfleisch. Ich weiß zwar nicht, ob das so gut schmeckt, aber ich beschloss auf jeden Fall, das ganze Nest einmal auseinanderzunehmen und mir auf diese Weise einen stabilen Essensvorrat ranzufarmen. Oh Gott, die fangen jetzt irgendwie an mich anzugreifen. Ey, die haben mich hier irgendwie im Wasser gefangen oder sowas. Keine Ahnung. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh Gott, äh. Okay, vielleicht belassen wir es einfach bei 14 Fleisch und lassen die Herde da unten in Ruhe. Nachdem ich dann noch ein bisschen mehr Eisen und Dias gefarmt habe, war es Zeit, sich wieder zurück an die Oberfläche zu begeben und mit dem ursprünglichen Plan weiterzumachen. Leute, das hat keinen Sinn mehr, dass ich da unten weiter rum irre und den Fluss nicht finde. Ich werde jetzt einmal nach hier oben gehen und von hier aus sollte ich ihn gut sehen können. Jawohl. Okay, ich bin die ganze Zeit, glaube ich, einfach so gegangen und hätte eigentlich dahin gehen müssen. Ähm, ja gut. So, jetzt werde ich hier aber einfach direkt runter gehen und dann kann ich den Fluss nicht mehr verfehlen. Geranimo, Leute. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schnell weg hier, schnell weg hier. Eiei, war das knapp. Ey, hier ist einfach wieder so ein riesiger Hai im Wasser. Ja, Leute. Erinnert ihr euch an den Anfang vom Video, wo wir schon mal einem begegnet sind? Ich weiß nicht, ob das derselbe ist oder ob die hier einfach überall im Wasser rumschwimmen, aber eins steht fest. Ich habe überhaupt keinen Bock auf die. Okay, eigentlich wollte ich ja auf die andere Seite des Flusses, aber jetzt auch noch bei Nacht werde ich das sicher nicht versuchen. Oh mein Gott, der ist aus dem Wasser gesprungen. Ich glaube, der isst die Tintenfische oder sowas auf. Irgendwie muss ich auf die andere Seite von diesem Fluss hier kommen. Aber jetzt kann ich gerade echt nichts sehen. Da werde ich keinen Fuß da in das Wasser setzen. Ganz sicher nicht. Hier scheint eine kleine Höhle zu sein. Zack, zack. Okay, komm, dann schmelzen wir hier erstmal wieder ein bisschen Eisen und warten einmal, bis es wieder Tag wird. Mit dem Eisen vervollständigte ich dann noch meine Rüstung, craftete mir ein Schild und wollte nun am nächsten Morgen versuchen, auf die andere Seite des Flusses zu kommen. Der Kollege scheint hier verschwunden zu sein. Ich werde hier jetzt mal versuchen, einfach durchzuschwimmen. Oh, okay, nevermind, nevermind, er ist da noch. Ja, Leute, und auch wenn vor mir ein riesiger Megalodon herumschwimmt, gibt es eine Sache, die es immer schafft, mich abzulenken. Nämlich kleine, süße Tiere. Oh mein Gott, wer bist du denn, Geiles? Ja, was geht? Ey, den hätte ich so gerne... Hä? Ich wollte den nicht töten. Ich wollte gerade sagen, ich hätte den so gerne als Haustier. Ich glaube, das war ein Dodo, Leute. Ja. Oh, aber wie es sich anhört, ist hier auch noch ein zweiter irgendwo. Hier ist einer und hier ist noch irgendwas anderes Großes. Oh, das ist wieder so einer, wie wir am Anfang gesehen hatten. Okay, man merkt, wir kommen langsam in mehrbelebtere Landschaften. Nachdem ich mich nun gefühlt einen kompletten Tag mit einem Dodo unterhalten hatte, fiel mir dann auf einmal auf, dass der Megalodon verschwunden war. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin er geschwommen ist, aber das hat mich in dem Moment auch nicht groß interessiert, weshalb ich mir direkt ein Boot craftete und den Fluss entlang schwamm. Äh, und was ist das da für ein Dinosaurier? Ah, ja, ja, Leute, gönnt euch das mal. Hier ist so ein riesiger fliegender Sandblock. Hier geht es sogar noch weiter. Oh, und hier ist eine Riesenhöhle anscheinend. Die Nacht verbrachte ich dann relativ gemütlich unter dem großen Höhlenvorsprung, womit wir nun bei Tag 12 angekommen wären. Da sehe ich nochmal richtig viele Dinosaurier, vor allem der Kollege da oben, der sieht mir überhaupt nicht freundlich aus. Da werde ich vielleicht erstmal hier links irgendwo einen Ort zum Anlegen finden. Wieder an Land angekommen, dauerte es dann auch nicht lange und ich begegnete direkt lauter neuen Dinosauriern. Na, wer bist du denn? Ja, hallo, du siehst auch sehr freundlich aus. Leute, es scheint so, als wenn wir endlich aus dem Dschungel da hinten raus sind und jetzt in so etwas wie ein Tal gekommen sind. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber hier sind auf jeden Fall nicht mehr so viele Bäume und Blätter und Lianen. Nee, das war echt schlimm. Ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut, normale Minecraft-Mobs zu sehen, aber wir können uns mit denen endlich ein Bett machen. Jawohl, die nächste Nacht werde ich damit endlich das erste Mal wieder in einem richtigen Bett schlafen können. Danach fand ich dann noch ein kleines Rudel Wölfe, welche ich allerdings nicht sehen konnte, da mir die Knochen dazu fehlten. Die hole ich dann beim anderen Mal. Ich glaube, ich sollte mir jetzt erstmal ein kleines Lager aufschlagen. Das sieht mir hier schon wieder sehr nach einem Sturm aus. Oh nein, genau hier entsteht, glaube ich, gerade ein Tornado. Das ist gar nicht gut. Zum Glück war das Ganze nur ein Fehlalarm und die Situation beruhigte sich relativ schnell wieder. Oh, und was ist da oben? Da ist Lava. Ist das ein Vulkan? Ich glaube, wir haben hier wieder einen fetten Vulkan auf der Insel. Ja, sieht ganz danach aus. Hö, und wie cool, Leute. Gönnt euch das mal. Die Dinosaurier legen sich einfach schlafen. Ey, das wusste ich überhaupt noch nicht. Das sieht ja richtig nice aus. Mit meinem endlich gecrafteten Bett legte ich mich dann neben einen von den Kollegen Schlafen und ging an Tag 13 dann auf die Suche nach einem Ort, wo ich mir eine kleine Base hinbauen konnte. Dabei ließ ich mich allerdings vielleicht ein ganz kleines bisschen von dem Vulkan ablenken. Leute, es scheint so, als wenn dieser Vulkan hier schon ausgebrochen wäre. Ey, da werde ich auf jeden Fall in dieser Folge nochmal hochgehen müssen. Das sieht so nice aus. Ei, ei, ei. Und sehe ich das richtig, dass das da oben alles Kohleblöcke sind? Ich glaube schon. Ah, das werden wir nachher auf jeden Fall noch herausfinden. Oh nein, das sind zwei T-Rexe. Okay, Leute, von denen wollen wir uns wirklich fernhalten. Irgendwann in diesem Projekt werde ich zwar noch versuchen, einen Tyrannosaurus Rex zu erlegen, aber heute ist dieser Tag sicher noch nicht. Beim weiteren Erkunden traf ich dann auf jeden Fall auf zwei Säbelzahntiger und ich konnte nicht anders, als sie zu einem Kampf herauszufordern. Ähm, Alter, da sind Säbelzahntiger. Ich weiß ja nicht, ob ich stark genug dafür bin, aber ich hab irgendwie Bock gegen die zu kämpfen. Okay, der Kollege ist auf jeden Fall böse drauf, aber das Schild, jawohl, das carried gut. Am Ende war es dann nicht so schwer und ich konnte die beiden relativ leicht erlegen. Nach einer gefühlt ewigen Suche fand ich dann auch endlich einen Ort, wo ich meine Base hinbauen wollte und fing dort erstmal an, die umliegenden Bäume abzuholzen bzw. abzufackeln. Jo, das ist eine sehr große Fläche auf jeden Fall schon mal. An Tag 15 wollte ich dann anfangen, die Materialien für meine Base zu farmen, weshalb ich mir als erstes zwei Eisenexte craftete, mich auf den Weg in den Dschungel machte und dort eine Menge Holz ranholte. Okay, Leute, es gibt ein Problem. Ich bin jetzt hier im Dschungel, hab gerade Holz gefarmt, aber wo komme ich wieder zurück nach Hause? Ey, man kann sich hier einfach nicht orientieren, es ist so zugewachsen. Ich werde hier nochmal auf den Baum hochklettern und gucken. Ja, ja, immer alles auf die Landschaft schieben. Oben angekommen wusste ich dann allerdings direkt, wo es wieder zurück nach Hause geht und sah auf dem Rückweg dann sogar noch dieses kleine Schauspiel der Natur. Hä? Hä? Oh mein Gott! Alter, was geht da ab? Oh Gott, was ist das für ein Viech? Oh, der macht so viel Schaden! Okay, keine Ahnung, was das für ein Tier war, aber ich schaffte es gerade noch einmal so, davonzukommen. Holz für meine Base hatte ich damit auf jeden Fall genug. Was noch fehlte, war eine Menge Stein, weshalb ich mir eine kleine Mine baute und mit dem Stripmine anfing. Dabei fand ich dann eine Menge Eisen, Redstone, Lapislazuli und vor allem Diamanten. Als ich dann jedoch zurück an die Oberfläche und eigentlich meine Base bauen wollte, musste ich mal wieder feststellen, dass ich in dieser Welt nicht ansatzweise das Sagen hatte. Was ist hier los? Ach, du Kacke! Die kämpfen gegeneinander. Okay, wie es scheint, hat der Kollege den Kampf gewonnen. Der muss irgendwie ausgeschaltet werden, der ist ja richtig gefährlich. Der tötet alle Dinos hier in der Gegend, oder wie? Kommt, Leute, ich werde es einmal versuchen, let's go! Oh ne! Schnell hier rein, schnell hier rein! Der ist viel zu stark, der ist viel zu stark! Alter, der bewacht jetzt hier meinen Ausgang! Wie soll ich jetzt hier rauskommen? Nein, 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 nein! Oh mein Gott, der Kollege wartet jetzt direkt da vor meinem Ausgang, Leute, und mein Plan ist jetzt einfach darauf zu warten, dass es Nacht wird, dann sollte er sich ja schlafen legen und dann werde ich mich einfach versuchen, an ihm vorbeizuschleichen. Ja, und in diesem Sinne wartete ich dann eine gefühlte Ewigkeit darauf, bis es dunkel wurde und ich somit freie Bahn hatte. So, Leute, es ist jetzt stockdunkel und er sollte jetzt hier irgendwo schlafen. Da ist er! Jawohl, er schläft wirklich. Okay, ganz vorsichtig hier an ihm vorbei einfach. Puh, okay, das hätten wir geschafft. Oh mein Gott, was ein Krampf, ey! Der Kollege chillt zwar jetzt fast hier direkt neben meiner Base, aber wir sollten ja wohl in Zukunft noch mit dem dealen können, irgendwie mit einem Bogen vielleicht abschießen und dann, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, irgendwie werden wir den Down kriegen in Zukunft. Als nächstes stand jetzt aber endlich der Basebau auf dem Plan. Dafür terraformte ich als erstes die Landschaft noch ein wenig und baute danach den ungefähren Umriss der Mauer, welche mich in Zukunft von allen möglichen Dinosauriern und Mobs schützen soll. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Wie gruselig sieht die Spinne bitte aus, Alter, was? Als am Abend dann der komplette Umriss fertig war, schien es dann mal wieder so, als wenn sich ein Sturm zusammenbrauen würde. Und ich hatte natürlich echt absolut keine Lust da drauf, dass meine Base direkt weggerissen wird. Oh oh, ich hör hier wieder nen Gewitter. Okay, da hinten sieht es mir ganz nach einem Tornado aus. Und ich hoffe echt nicht, dass der hier rüber zieht zu mir. Am nächsten Tag fing es dann zwar an zu regnen, aber vom Tornado war keine Spur mehr da, weshalb ich beruhigt weiter an meiner Base bauen konnte. Ich hatte bereits genug Materialien gefarmt, um die komplette Mauer drei Blöcke hochzubauen, was zumindest erstmal für meine Sicherheit garantieren sollte. Okay Leute, das ist der grobe Umriss. Ich weiß, es ist noch nicht die schönste Base, aber mir ist hier erstmal am wichtigsten, dass ich geschützt vor den Dinosauriern bin. Das ist hier eine drei Blöcke hohe Mauer. Ich glaube, das sollte ausreichen, um die meisten Dinosaurier hier fernzuhalten. Wird natürlich alles noch schicker, aber jetzt geht es erstmal um die Grundsachen. Jawohl, und das Einzige, was jetzt fürs Erste noch fehlte, war das, was bei jedem Umzug dabei sein muss. Nämlich das Umräumen der Kisten. Juhu. Perfekt Leute, alle Items sind hier in der Base. Jetzt wird es nochmal Zeit, das Ganze hier einigermaßen gut auszuleuchten. Dinosaurier, Monster, hier versucht ihr irgendwie alles ein- und umzubringen. Deswegen auf jeden Fall eine gute Sache. An Tag 20 craftete ich mir dann einen Eimer und wollte diesen mit Wasser auffüllen, wofür ich noch einmal zurück zum Fluss finden musste. Das da hinten sind die beiden T-Rexe. Hier ist nochmal einer von den Kollegen. Und ich glaube, in die Richtung sollte dann der Fluss sein. Ja. Und dreimal dürft ihr raten, das war natürlich absolut falsch und ich hatte keinen Plan mehr, wo sich der Fluss befand. Weshalb ich den ganzen Tag herumirrte und abends dann endlich fündig wurde. Endlich, Leute. Oh mein Gott, wie lange habe ich jetzt diesen See hier gesucht? Oh, was ist das? Ich glaube, das ist ein Spinosaurier oder sowas. Ähm, er ist weg, untergetaucht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so schlau ist, jetzt hier bei Nacht das Ganze zu machen. Aber ich will ja nur ein bisschen Wasser haben. So, und jetzt schnell weg hier. Bei Nacht traue ich mich sicher nicht, das da weiter zu erkunden. Nee, nee, nee. Okay, wo ist jetzt meine Base? Obwohl man absolut nichts sehen konnte, fand ich wieder zurück nach Hause, legte mich schlafen und beschloss am nächsten Tag wieder zu kommen, um mir den Spinosaurus noch einmal genauer anzuschauen. Hä? Was ist jetzt bei ihm los? Ey, wieso ist der so aggressiv auf mich? Oh Gott. Nein, 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 nein. Schnell was essen. Halbes Herz. Was war bei dem bitte los? Habe ich ihn besiegt? Er liegt da so auf dem Boden? Ja. Oh mein Gott. Alter. Keine Ahnung, wieso der Kollege jetzt auf einmal so aggressiv auf mich war, aber es hielt mich nicht davon ab, noch einmal nach dem Spinosaurus zu schauen. Da er an der Oberfläche jedoch nicht zu finden war, schaute ich unter Wasser nach ihm und tatsächlich, da war er. Okay Leute, es kann sein, dass das eine richtig dumme Idee ist. Ich werde nicht gegen ihn kämpfen, Leute. Das wird, glaube ich, ziemlicher Selbstmord. Das ist einer der stärksten Dinosaurier. Ey, der sieht so nice aus. Holy shit, ey. Aber mit meiner mickrigen Eisenrüstung wollte ich mich dann echt nicht mit ihm anlegen, weshalb ich mich wieder zurück auf den Rückweg machte. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit passierte dann allerdings noch das hier. Hier sind wieder zwei von den Dingern. Ähm, never mind, das sind nicht zwei. Hier ist alles voll mit denen, Leute. Überall sind diese kleinen Büsche. Wenn ich hier jetzt so lang gehe, ja, dann sollten die alle rauskommen. Ey, was ist das denn? Ihr wisst, Leute, ich bin überhaupt kein Freund von diesen fleischfressenden Pflanzen, weshalb ich auch einen Plan schmieden wollte, um sie alle zu vernichten. Am nächsten Tag craftete ich mir dafür dann ein Feuerzeug, ein Boomerang für den Fernkampf und eine extrem starke Axt aus Diamanten. Jawohl, Leute, jetzt haben wir hier auch mal endlich eine richtige Waffe zur Hand. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ey, was ist denn jetzt los? Wieso fangen alle Dinosaurier auf einmal an, mich anzugreifen? Ey, ich checke es nicht. Am Anfang waren die alle lieb und jetzt sowas. Oh Gott, und da ist der Tyrannosaurus Rex schon wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, der kommt auch echt immer näher an meine Base heran. Da hinten steht die und hier steht der Kollege. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde gerne noch einmal den Boomerang an dem Kollegen da testen. Äh, ist anscheinend ziemlich stark. Jawohl, und damit war ich vorbereitet und startete meinen Angriff auf die Pflanzen. Der hier rechts unten scheint mir relativ vereinzelnd. Ich werde erstmal versuchen, den normal hier mit meiner Axt zu töten. Ob das überhaupt geht, was ich hier vorhabe? Ja, er ist tot. Man kann die Dinger auf jeden Fall töten. Jetzt hat er auch noch irgendwas gedroppt. Land in Grass. Was? Dann können wir dieselbe heranzüchten, oder wie? Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich das wirklich machen will, aber es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr cool an. Da es bereits schon wieder Nacht wurde, ging ich noch einmal wieder zurück nach Hause, legte mich schlafen und kam erneut an Tag 24 zurück. Ey, wie viele sind das bitte? Der Kampf mit dem Schwert war echt ein absoluter Krampf. Die Pflanzen waren so dicht aneinander gewachsen, dass es unmöglich war, einzeln gegen sie zu kämpfen. Ich versuchte dann, das komplette Gebiet mit meinem Feuerzeug niederzubrennen, was den Pflanzen selbst jedoch nicht schadete. Mit Hilfe des Boomerangs und viel Geduld schaffte ich es dann aber doch, nach und nach immer mehr von ihnen abzutöten. Ja, wie schmeckt euch mein Boomerang, hä? Nicht so lecker, habe ich gehört. Ey, Leute, gönnt euch mal, wie viele hier sind. Was ist das bitte für ein Wasser? Was ist da drin, dass hier so viele von denen wachsen, ey? Okay, langsam wird es sehr knapp. Eieiei, komm schon. Perfekt, der ist auf down. Ich glaube, das ist der letzte. Ja, der komplette Wasserfall sollte jetzt von den Viechern befreit sein. Wer meint, Leute, hier ist noch ein letzter. Den werden wir nochmal mit dem Boomerang ausschalten. Zack. Endlich, Leute, damit hatten wir diesen Ort von den schrecklichen, fleischfressenden Pflanzen befreit. Das Einzige, was ich jetzt noch hoffe, ist, dass sie nicht nachwachsen können, weil das wäre echt absolut nervig. Und damit waren wir angekommen bei Tag 25. Da ich mittlerweile bereits Level 51 erreicht hatte, wollte ich mir noch einen Enchanter craften. Dazu fehlte mir jedoch das Obsidian, weshalb ich beschloss, einen kleinen Ausflug zu dem Vulkan zu unternehmen. Irgendwie ist das ein ziemlich kleiner Vulkan, habe ich das Gefühl. Aber soll mal recht sein, dann komme ich schneller an die Lava ran. Oben angekommen sah es dann echt richtig krass aus und alles war voll mit Lava. Ich farmte mir also meine vier Obsidian zusammen und bemerkte danach, dass es sich hier nicht um einen einzelnen kleinen Vulkan handelte. Nein, es war alles viel, viel größer und schlimmer. Ähm, Leute, ich dachte ja, das wäre ein einfacher Vulkan hier. Aber ich glaube erstens, dass das da hinten ein zweiter Vulkan ist. Und noch viel wichtiger, was ist hier mit der Landschaft passiert? Hier ist ja alles voll mit Lava. Wie es scheint, sind diese beiden Vulkane irgendwann mal ausgebrochen vor einiger Zeit. Und hier ist auch einfach kein einziger Dinosaurier. Alter, Leute, gönnt euch mal, wie das aussieht, wie hier die Lava runterfließt. Ja, und auch wenn ich das Ganze gerne noch alles weiter bewundert hätte, war es mir echt zu gefährlich, bei Nacht in dieser Gegend rumzulaufen, weshalb ich wieder zurück nach Hause rannte und mich schlafen legte. Tag 26 sollte direkt mit einer kleinen Erkundungstour beginnen. Ich wollte mir nämlich endlich mal einen Enchanter craften und alles, was mir dafür noch fehlte, war Zuckerrohr. Weshalb ich auch genau danach auf die Suche ging. Bevor ich hier ins Wasser gehe, gucke ich noch einmal nach, ob hier irgendwas ist. Ja, jawohl, das scheint sicher zu sein. Dann gehen wir rein da. Okay, never mind, Leute. Da hinten ist der Spinosaurus. Der chillt da gerade unter Wasser anscheinend. Ähm, ich werde einfach vorbeifahren. Der Spinosaurus hat mich zum Glück nicht bemerkt, weshalb ich beruhigt den Fluss entlangfahren konnte. Nach einiger Zeit mündete dieser dann im Meer und ich fand hinten auf einer Insel auch schon das erste Zuckerrohr. Let's go, Leute. Da hinten, abseits der großen Insel, auf dem kleineren, da ist ein bisschen Zuckerrohr. Da werde ich einmal schnell hinschwimmen. Was war das da im Wasser? Habt ihr das auch gesehen? Oh mein Gott, was ist das? Das ist ja riesengroß. Das ist, glaube ich, noch größer als der Megalodon vom letzten Mal. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wenn so ein riesiger Dinosaurier am Wasser schwimmt, sollte man eigentlich schnell weiterfahren und nicht extra ins Wasser zu ihm gehen. Zum Glück kam ich dann schnell wieder zur Vernunft, holte mir das Zuckerrohr ab und beschloss dann, die Nacht erst einmal auf der Insel zu verbringen, da ich keine Lust hatte, im Dunkeln dieser Kreatur zu begegnen. In der Nacht farmte ich dann noch ein bisschen Sand und machte mich am nächsten Morgen direkt wieder auf den Weg nach Hause, bis mitten im Fluss dann das hier passierte. Hä? Was ist das? Irgendein Käfer, ein Moskito oder sowas? Oh Gott, ich muss schnell hier raus aus dem Wasser, sonst ertrink ich. Ein Meganeura, Meganeura? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt wollte ich nicht genau herausfinden, was das genau war und haute einfach so schnell, wie es nur ging, ab. Zu Hause angekommen, pflanze ich dann ein Teil des Zuckerrohrs außerhalb meiner Base an, um in Zukunft damit einen vollen Enchanter craften zu können. Stimmt, Leute, der Kollege ist ja immer noch direkt hier bei meiner Base. Alter, hab ich mich grad erschrocken vor dem Brühen. An Tag 28 craftete ich mir dann mit allen meinen Dias eine Dia-Rüstung und vergaß dabei völlig, dass ich eigentlich einen Enchanter craften wollte. Da mein Diamantenvorrat nun komplett leer war, musste ich neue farm und machte mich dafür auf zu einer Hürde. Dabei ließ ich mich allerdings mal wieder von dem Vulkan ablenken. Alter, was ist denn hier beim Vulkan los? Was? Sah das letzte Folge auch schon so aus? Hier kommt ja richtig viel Lava runter. Kann es sein, dass der gerade am Ausbrechen ist oder sowas? Ach du Kacke, die Bäume und so fangen hier schon alle an zu brennen. Ja, und als ich dann nach oben klettern wollte, um mir die Situation einmal genauer anzusehen, passierte dann das, was passieren musste. Ein Tornado braute sich zusammen. Nein, 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 nein. Hier ist irgendwo ein Tornado. Der zieht mich in die Richtung. Oh, nee, 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 nee. Okay, Leute, ich bin mitten in einem Tornado gefangen. Direkt über dem Vulkan hier. Der Tornado zog mich einmal über die komplette Lava-Landschaft drüber. Die Situation sah echt hoffnungslos aus. Doch nach einiger Zeit schaffte ich es dann irgendwie zu entkommen und wieder richtigen Boden unter den Füßen zu fassen. Oh mein Gott, direkt neben mir ist ein Blitz eingeschlagen. Ich glaube, ich schaffe es raus, ich glaube, ich schaffe es raus. Oh mein Gott, Leute, da ist der Tornado. Ich habe es raus geschafft. Alter, was war das bitte? Okay, aber die viel wichtigere Frage, wo bin ich jetzt? Ich verstehe es nicht, das grenzt hier irgendwie an eine Wüste an oder sowas. Ey, Leute, wo wurde ich bitte hingeschleudert? Ich glaube, es macht am meisten Sinn, die Nacht einmal in einer Höhle zu überdauern und dann bei Tag zu schauen, wo ich mich hier befinde, ey. Absolut kein Plan, aber ich ruhe mich jetzt erstmal hier drin aus, bis es Tag wird. Am nächsten Morgen wurde meine These dann bestätigt. Ich befand mich direkt vor einer riesigen Wüste. Da ich eigentlich jedoch losgegangen war, um Diamanten zu suchen, beschloss ich sie fürs Erste nicht zu erkunden und machte mich wieder auf den Weg nach Hause. Hä? Was ist das da oben? Ach, du Kacke, Leute, sieht das Ding gruselig aus. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, der wirft Spinnweben. Nein, 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 nein. Eieiei, ich möchte einfach ganz schnell wieder zurück nach Hause. Die Wüste hört hier zum Glück schon auf. Das heißt, der Weg sollte eigentlich nicht so weit sein von hier aus. Jawohl, in meiner Base angekommen, räumte ich dann nur kurz mein Inventar auf und wollte jetzt aber wirklich zur Höhle gehen, um Diamanten zu suchen. Okay, Leute, hier ist eine von den seltenen Höhlen auf dieser Map und ich werde jetzt mal reingehen und das Ganze erkunden. Hauptsächlich bin ich auf der Suche nach Diamanten. Gold und alles nehme ich aber natürlich auch gerne mit. Okay, Leute, das sieht hier überhaupt nicht gut aus. Hier ist alles voll mit Spinnweben. Und da oben scheint so etwas wie ein Nest oder ein Netz zu sein. Ich weiß es nicht. Das heißt, ich vermute, dass hier irgendwo eine riesige Spinne rumläuft. Und da habe ich ehrlich überhaupt keinen Bock drauf. Hier scheint nichts zu sein. Äh, ich weiß zwar nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber ich glaube, wir können... Nein, wer meint, da ist sie. Da ist die Spinne. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ist die schnell. Ach, du Kacke. Nein, 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 nein. Sie hat mich gefangen, sie hat mich gefangen. Oh mein Gott. Das war so gruselig. Eieiei. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr von denen. Wirklich nicht. Das wäre richtig schlimm. Ja, nachdem dieses kleine Horrorszenario überstanden war, erkundete ich die Höhle noch weiter und fand fleißig Eisen, Redstone und natürlich Diamanten. Jawohl Leute, damit können wir uns Helm, Schuhe und einen Enchanter craften. Perfekt. Das wäre es dann, glaube ich, auch schon mit der Höhlentour. Es geht wieder zurück an die Oberfläche. Auf dem Weg nach draußen bemerkte ich dann, dass ich noch überhaupt kein Leder für den Enchanter hatte, weshalb ich noch ein bisschen in der Gegend herumlief und nach Kühen Ausschau hielt. Mit meinen drei Knochen im Gepäck fand ich dann sogar einen Wolf, welchen ich natürlich zähmen wollte. Drei Knochen, okay, komm schon. Let's go, Leute, wir haben einen Hund. Ja, was geht? Sehr geil, aber wir müssen jetzt nochmal eine Kuh für Leder finden, Kollege. Schaffst du das? Ah, Leute, schaut mal, jetzt bin ich hier wieder bei der Wüste angekommen. Okay, so langsam habe ich, glaube ich, echt einen Überblick über diese Map hier. Was ist das hier für ein riesiger Dinosaurier? Ich glaube, das ist ein Brachiosaurus. Alter, ist der Kollege groß. Und so einen haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen, aber wenn ich sehe, was der da für Krallen an seinen Händen hat, dann möchte ich, glaube ich, auch ehrlich gesagt nicht viel mit dem zu tun haben. Jawohl, einige Zeit später fand ich dann auch endlich ein paar Kühe, womit nun alles für den Enchanter zusammen war. Ich craftete mir noch die restlichen Tierrüstungsteile und verzauberte einmal mein komplettes Equipment. An Tag 32 wollte ich die restlichen Kühe in meine Base bringen, da ich in Zukunft noch deutlich mehr Leder benötigen werde, um mir einen vollen Enchanter zu machen. Let's go, Leute, endlich. Da hinten ist meine Base. Fast geschafft. Hat ja nur den halben Tag gedauert. Oh, nee, und der ist aggressiv auf mich. Ei, ei, ei. Nein, 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 das tötet mein Hund. Nein, 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 nein. Nein. Er hatte noch nicht mal einen Namen, aber er ist schon gestorben. Ach ja, Leute, wie so üblich in meinen 100-Tage-Projekten überleben meine Haustiere leider nicht wirklich lange. Oh Gott, auf einmal kommt er hier an. Okay, ganz vorsichtig. Zum Glück frisst er nicht die Kühe auf. Zack, Leute, das hätten wir geschafft. Kühe sind heil hier angekommen. Ein Opfer gab es leider dennoch, weshalb ich beschlossen, ein kleines Grab zu bauen. Ruhe in Frieden, Devin. Da ich an Tag 33 noch ein bisschen um Devin trauerte, passierte dort nicht wirklich viel. Ich craftete mir eine neue Einhandwaffe aus Diamanten, baute das Zuckerrohrfeld von draußen in meine Base um und bereitete mich auf eine Erkundungstour vor, da ich am nächsten Tag endlich mal in die Wüste aufbrechen wollte. So, Leute, es wird Zeit, dass wir unsere Umgebung mal wieder ein bisschen erkunden. Und welcher Ort würde sich besser dafür eignen, als die riesige Wüste, die wir gerade erst entdeckt haben? So, wenn ich mich richtig erinnere, dann hier bei den beiden Vulkaneimer nach links. Und dann sollte man die Wüste jetzt sehen können. Jawohl, da ist sie. Und so betrate ich das erste Mal die endlose Wüste. Jeder von uns kennt zwar die Geschichten, dass man sich dort drin verirrt und nie wieder herausfindet, aber das hielt mich nicht davon ab. Ich hoffe einfach, dass ich diese Entscheidung im Nachhinein nicht bereuen werde. Okay, Leute, das scheint mir hier ein riesiges Skelett zu sein. Ja, das sieht ganz nach einem Brachiosaurus aus, ehrlich gesagt, weil das hier so einen langen Hals hat und dann hier den Rumpf. Wenn so ein großes Tier hier in der Wüste gestorben ist, dann will ich nicht wissen, was hier lauert. Wieso sind da so eine Partikel? Ist das irgendwie Treibsand oder sowas? Huh, da sehe ich was. Das ist ein Wurm oder was ist das hier im Sand? Ja, tatsächlich. Hier sind einfach Würmer im Sand. Ach du Kacke, sind die groß. Oh mein Gott, okay, aber nicht sehr stark anscheinend. Wie ihr euch sicher denken könnt, wollte ich nichts groß mit denen zu tun haben, weshalb ich erstmal weiterging. Den restlichen Tag fand ich dann leider nichts Interessantes mehr und verbrachte die Nacht dann in einem sehr praktischen Schlafsack, welchen ich mir zuvor gecraftet hatte. Damit waren wir angekommen bei Tag 35 und heute sollte sich herausstellen, dass in dieser Wüste doch deutlich mehr Kreaturen leben, als ich fürs Erste gedacht hatte. Okay, Leute, es gibt jetzt ein kleines Problem. Und zwar habe ich jetzt hier geschlafen, aber kein Plan mehr, von wo ich gekommen bin. Okay, da oben scheint eine kleine Brachiosaurus-Herde zu sein. Ich werde mich da mal hinbewegen. Okay, da ist irgendwas. Äh, was ist das da hinten? Eine Ameise. Nein, sag mir nicht, dass das hier ein Ameisennest ist. Es scheint aber so da. Die kommt auf mich zu, die hat mich gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ist die stark. Shit, ey, die kann mich sogar vergiften. Natürlich war meine Neugierde nun geweckt und ich beschloss mir einen von den drei Eingängen einmal genauer anzusehen. Oh Gott, nein, 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 ich bin reingefallen. Nein, 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 nein. Schnell raus hier. Das ist doch echt extrem dunkel da drin, ne? Ich werde die Fackeln mal in die Hand nehmen und gucken, ob ich da was drin finde. Ey, Leute, das ist so gruselig hier drin. Was ist das da unten? Das ist riesengroß. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das die Königin ist von den Ameisen hier. Ich werde mal versuchen, sie mit einem Boomerang abzuwerfen. Das scheint zu funktionieren. Oh Gott, die sticht mich, die sticht mich. Nein, 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 ich bin hier in der Enge. Shit, ich komme hier nicht mehr raus. Ach du Kacke, war das knapp. Halbes Herz hatte ich. Nein, nein, nein. Okay, sie sollte jetzt aber schon gut geschwächt sein. Noch ein paar Hits mit dem Boomerang vielleicht. Einmal in den Nahkampf. Komm, sie kann nicht mehr viel aushalten. Komm schon. Let's go, Leute. Sie ist besiegt. Einfach alles schnell einmal ausleuchten hier drin. Ja, Leute, nachdem ich dann ein wenig auf die Situation klargekommen bin, erkundete ich den Ameisenbau noch ein wenig und fand dabei dieses Ei und einen Lootraum, in dem allerdings nicht wirklich guter Stuff drin war. Und jetzt einfach ganz schnell wieder raus hier. Gar kein Bock mehr auf so eine gruselige Höhle. Die Frage ist jetzt nur, was ist in diesen beiden anderen Eingängen? Soll ich hier vielleicht auch nochmal einen Blick reinwerfen? Fürs Erste kann ich nämlich schon mal nichts sehen. Vielleicht ist hier ja besserer Loot drin. Okay, Leute, nevermind. Da ist wieder so eine riesige Ameisenkönigin drin. Und da unten sind drei Arbeiterameisen. Ach, du Kacke, ist das gruselig hier. Statt wie letztes Mal einfach planlos in den Kampf zu springen, wollte ich dieses Mal mit ein bisschen Taktik an die Sache rangehen und benutzte mein Feuerzeug. Aus irgendeinem Grund bekamen die Königin aber dieses Mal deutlich mehr Hilfe von den Arbeiterameisen, weshalb ich mich fürs Erste zurückziehen musste. Da kommt noch eine Ameise. Und von hinten kommen auch noch welche. Okay, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Einfach ganz schnell weg hier. Die Erkundungstour durch die Wüste läuft überhaupt nicht gut. Ja, und neben all den Kreaturen, die hier versuchen wollen, mich umzubringen, kam es dann tatsächlich sogar noch schlimmer. Ich hatte kein Essen mehr. Es scheint leider so, als wenn ich in dieser Wüste hier gefangen bin. Nichts mehr zu essen, kaum noch Herzen. Ich weiß nicht, wie ich das hier überleben soll. Ach du Kacke, und was ist das denn jetzt bitte da? Ich werde unbedingt eine Oase oder sowas finden müssen, sonst wird das Überleben hier echt kritisch. Und nachdem ich dann den kompletten Tag planlos durch die Wüste wanderte, passierte es dann am Abend tatsächlich. Mitten in der Wüste war meine Rettung. Jawohl, Leute, eine Oase. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Hier wird es ja wohl irgendwo etwas zu essen geben müssen. Jawohl, hier in den Bäumen, da wachsen Melonen dran. Endlich, Leute, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass das hier das Ende sein wird. Zum Glück war es noch nicht das Ende und ich machte mich am nächsten Tag dann daran, alle möglichen Melonen, die in dieser Oase zu finden waren, einzupacken, mit der Hoffnung, dass ich nun genügend Essen hatte, um aus dieser Wüste herauszukommen. Da schwimmt noch irgendeine Art Fisch oder sowas im Wasser rum. Wir gucken einmal, ob der friedlich oder böse ist. Okay, er scheint mich anzugreifen, aber der ist ja relativ klein, den sollten wir hoffentlich down bekommen. Jawohl. Die scheinen sich hier in dieser Oase echt wohl zu fühlen. Da gibt es echt viele von. Und so schön wie diese Oase auch war, war es nun Zeit, sie wieder zu verlassen und endlich einen Ausweg aus dieser Wüste zu suchen. Immer der Nase nach fand ich dann mal wieder absolut nichts, außer Sand und Kakteen, bis am Abend dann auf einmal noch das hier passierte. Ach du Kacke, was ist das denn? Hä? Von wo kam der denn jetzt? Und wieso war der One-Hit? Ey, ich finde hier echt nichts, außer Sand, Berge, Kakteen und irgendwelche komischen Ameisen. Leute, wenn ich das richtig sehe, dann ist da oben eine kleine Höhle und sogar eine Fackel. Das heißt, da wird es vielleicht, keine Ahnung, Glut geben, irgendwelche Informationen, wie man hier rauskommt? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, mich nach da oben zu bewegen. Alter, dieser Berg ist so riesig. Da oben ist die Höhle. Na, das wird ein Spaß, ey. Nicht nur, dass es eine gefühlte Ewigkeit dauern würde, diesen Berg zu besteigen. Bei der Hälfte des Weges brach dann außerdem auch noch ein Sandsturm aus, welcher mich fast den ganzen Weg wieder nach unten schleuderte. Oh, oh, Leute, hier scheint gerade so etwas wie ein Sandsturm oder so auszubrechen. Äh, das ist überhaupt nicht gut, wenn ich gerade versuche, auf so einen hohen Berg zu klettern. Mittlerweile habe ich die Höhle auch schon aus den Augen verloren. Keine Ahnung mehr, wo die ist. Komm schon, wir haben es fast geschafft, gleich da. Puh, ah, ja, ja, aber was ist das hier? Hier ist ein Skelettschädel, hier eine Hängematte, Kompass, eine Karte mit einem roten Kreuz. Okay, das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus, auf jeden Fall. Aber bevor ich mir das genauer anschaue, würde ich gerne diesen Sturm einmal überstehen. Alter, was ist das da draußen? Am nächsten Morgen passierten dann direkt zwei wirklich sehr, sehr gute Sachen. Erstens, der Sturm war vorbei und zweitens, ich konnte endlich das Ende der Wüste sehen. Let's go, da ist das Ende der Wüste. Und da ist das Meer, Leute, wir haben es geschafft. Wir können endlich aus dieser Wüste raus, oh mein Gott. Hier ist wieder so eine Custom-Höhle, da will ich jetzt aber erstmal nicht reingehen. Oh mein Gott, wie viele Tage waren wir jetzt in dieser Wüste eingesperrt? Und endlich wieder richtige Bäume. Hier grünes Gras, ich kann es nicht glauben, Leute. Den restlichen Tag 39 verbrachte ich dann nur noch damit, die markierte Stelle auf der Karte zu suchen und fand dabei sogar wieder ein paar Wölfe, welche ich mit Knochen aus dem Ameisenbau zähmen konnte. Let's go, Leute, wir haben wieder zwei neue Hunde. Wie wäre es mit Juck und, äh, Jan? Das sind doch zwei schöne Namen. Nice, dann fühle ich mich auch direkt schon ein bisschen sicherer, wenn ich hier durch so eine unbekannten Gebiete laufe. Die Nacht verbrachte ich dann mal wieder sehr gemütlich in meinem Schlafsack und hatte dann für den nächsten Tag nur ein einziges Ziel, den markierten Punkt auf der Schatzkarte finden. Komm schon, was ist da drin? Let's go, richtig viele Dears. Ein OP-Gap, auch sehr nice. Und ein Diamantbogen. Das nehmen wir natürlich alles dankend an und dann müssen wir jetzt hier irgendwie nur noch einmal wieder herauskommen. So, Leute, sehr cool. Und damit hätten wir diesen Schatz gefunden. Eine Frage, die ich mich aber jetzt noch stelle, ist, wie finden wir von hier wieder zurück nach Hause? Dieses Problem musste allerdings fürs Erste ein wenig nach hinten geschoben werden, da ein gewisser Dinosaurier wieder einmal meinte, meine Hunde angreifen zu müssen. Der greift meine Hunde an! Nein, 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 nein! Oh mein Gott, war das knapp. Kommt schnell her, ihr beiden! Ja, einmal schnell vollfressen. Die Nacht verbrachte ich dann wieder sehr bequem in meinem Schlafsack und wollte mich nun am nächsten Morgen endlich wieder auf den Weg nach Hause begeben. Okay, was ist das da unten? Leute, da hinten ist der Dschungel und ich glaube, da ungefähr in der Nähe ist unser Zuhause. Aber um da hinzukommen, müssen wir an diesen riesigen Krokodilen vorbeikommen. Okay, vielleicht werde ich hier mit dem Boot vorbeischwimmen können. Oh Gott, der eine von denen greift mich an! Er hat mein Boot kaputt gemacht! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh Gott! Schnell hier in die Höhle, schnell hier in die Höhle! Okay, das scheint ein bisschen schwieriger zu sein als gedacht. Da unten ist er mit dem Boot scheint das auf jeden Fall nicht zu klappen. Ich werde jetzt mal versuchen, einfach so hier rüber zu schwimmen. Nein, 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 der hat mich schon wieder... Okay, wir haben einen Down. Ganz langsam an dem vorbei. Der scheint mich nicht zu bemerken. Huh, wir haben es geschafft. Let's go! Sehr gut, Leute. Wir sind am Dschungel angekommen. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, sich jetzt hier einfach rein zu bewegen. Aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit, wie wir wieder zurück nach Hause finden könnten. Deswegen würde ich sagen, rein ins Abenteuer. Jawohl, und da ich letztes Mal, als ich durch den Dschungel gegangen bin, ständig von fleischfressenden Pflanzen attackiert wurde, beschloss ich dieses Mal, mich direkt von Anfang an nur auf den Baumkronen vorzubewegen. Als es nach einiger Zeit dann dunkel wurde, legte ich mich schlafen und fand dann an Tag 42 endlich wieder zurück nach Hause. Let's go! Da hinten ist unser Base. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Endlich wieder zu Hause angekommen, verbrachte ich den restlichen Tag dann relativ entspannt, indem ich mein Inventar aufräumte und das Zuckerrohrfeld noch ein wenig erweiterte. Nachdem ich die letzten Tage nun mit dieser ewigen Erkundungstour verbracht hatte, war es nun fürs erste Mal wieder Zeit, ein wenig an meiner Base weiterzubauen. Dafür machte ich als erstes einen kleinen Abstecher in den Dschungel, um mir dort genügend Holz zu farmen. Jo, was ist das? Ey, hier ist schon wieder so ein Moskito gewesen, oder was? Ja, Leute. Egal, was man tut, bei diesem Modpack hat man einfach nie seine Ruhe. Okay, Leute, es ist mal wieder so weit. Ich habe keinen Plan, wie ich aus diesem Dschungel rauskomme. Und das heißt, ich werde hier mal wieder ein bisschen auf den Bäumen herumklettern müssen. Mit dem Holz wieder zu Hause angekommen, konnte es am nächsten Tag dann mit dem Basebau weitergehen. Ich erhöhte als erstes die Mauer ein wenig, brachte oben noch eine extra Sicherung aus Eisengittern an, machte den Eingang ein bisschen schöner und erweiterte das Zuckerrohrfeld noch einmal ein wenig, damit wir möglichst schnell an die Bücherregale für einen vollen Enchanter rankommen würden. Also Leute, die komplette Mauer ist jetzt fertig, die ist jetzt so 5-6 Blöcke hoch. Das sollte dafür sorgen, dass kein Dino reinkommt. Und da sich hier momentan ein Sturm zusammenbraut, werde ich jetzt einfach für den restlichen Tag da hinten in meine kleine Mine gehen, dort ein bisschen chillen. Ich habe nämlich echt keinen Bock, dass ich jetzt hier von einem Tornado weggerissen werde. An Tag 46 hatte ich dann auch erstmal wieder genug vom Bauen und wollte mich dafür mal ein wenig mit dem Modpack beschäftigen. Übrigens Leute, falls ihr selber mal Lust habt, auf dieser Custom Map mit den ganzen Mods zu spielen, schaut unbedingt mal auf meinem Patreon-Account vorbei. Dort könnt ihr mich mit 5 Euro unterstützen und bekommt dafür den Download der Welt, ein Tutorial zur Installation der Mods und vieles mehr zur Verfügung gestellt. Ist natürlich nur freiwillig, würde mich trotzdem immer riesig freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. So Leute, ich habe jetzt hier diese Whip gecraftet und damit soll man irgendwie Dinosaurier zähmen können. Ich weiß nicht wieso, aber ich würde sagen, wir suchen auf jeden Fall mal irgendeinen Kollegen. Oh Gott, den hier auf jeden Fall nicht, das ist der T-Rex. Ey, der kommt echt immer näher an meine Base heran, ne? Komm, hier irgendwo muss noch ein Pflanzenfresser zu finden sein. Jawohl Leute, genau so einen Kollegen meine ich. Komm schon, wenn ich den Kollegen jetzt einmal hier mit rechts klicke. Jawohl, dann habe ich ihn gezähmt und wenn ich es jetzt nochmal mache... Oh mein Gott, Leute, let's go! Wir können auf einem Dinosaurier reiten, oh mein Gott, wie nice! Alter, sehr, sehr geil! Ey, und wie schnell der Kollege auch ist! Wie nice wäre es bitte, wenn wir uns einen kleinen Dinosaurier-Park aufbauen würden. Ey, das klingt so nice, ich würde den hier jetzt auf jeden Fall erstmal in unsere Base reinbringen, beziehungsweise... Ne, das geht überhaupt nicht. Ja, dann musst du erstmal draußen chillen, Kollege. Ich hoffe, das geht auch in Ordnung. Also Leute, ich würde sagen, wir suchen uns jetzt einen Dinosaurier, der richtig schnell ist und machen dann mit dem einen kleinen Abstecher in die Wüste, weil ihr erinnert euch vielleicht noch an diese zwei Ameisennester, die wir noch nicht erkundet hatten. Deswegen hätte ich echt Bock, da noch einmal hinzugehen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, wieder in die Wüste reinzugehen, aber der Gedanke, dass dort wichtiger Loot sein könnte, ließ mich einfach nicht mehr los. Ich musste es einfach tun, Leute. Mit dem sollten wir, glaube ich, sehr gut durch die Wüste kommen. Letztes Mal war es zwar ein richtiger Krampf, hier wieder rauszufinden. Ich werde mir einfach versuchen, den Weg zu merken und hoffe, dass kein Sandsturm kommt. Oh Gott, hier ist schon wieder so ein Wurm. Der Dinosaurier greift sogar an für mich. Oh mein Gott, wie nice. Ey, du bist ja richtig cool. Komm, wir müssen ihm nochmal einen Namen geben, den kleinen. Wie wäre es mit Dilo? Du heißt Dilo. Da hinten ist die Brachiosaurus-Herde. Das heißt, hier irgendwo sollten eigentlich die Ameisennester sein. Da ist eins, zwei... Ach du Kacke, wie viel kommt denn da gerade schon raus? Oh, was ist denn hier los? Die haben mich schon gesehen sogar. Nein, 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 nein. Was ist das da bitte? Ey, hier möchte ich erstmal weg. Ich möchte nicht bei Nacht gegen die kämpfen. Ja, und so suchten Dilo und ich uns schnell einen kleinen Schlafplatz und wollten nun am nächsten Morgen noch einmal genauer bei den Ameisen vorbeischauen. Da ist doch schon die erste Ameise, Leute. Die sollten wir easy mit dem Bogen ausschalten können. Jawohl, Dilo hilft mir sogar ein bisschen. Perfekt. So, mein Freund, du bleibst erstmal hier drin. Ich möchte nicht, dass dir irgendwas passiert. Und ich kümmere mich jetzt erstmal um diese ganzen Nester hier. Oh Gott, die kommen ja auch schon angerannt auf mich. Nein, 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 nein. Ey, wie viel sind das? Was ist hier passiert in der Zeit, als ich weg war? Die haben sich ja richtig vermehrt. Nein, 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 nein. Er kommt auch noch, er kommt auch noch. Schnell mit dem Bogen auf ihn schießen. Komm schon, komm schon. Okay, nice, der ist auch down. Uiuiui, hab ich mich erschrocken. Und auch wenn das jetzt schon mega viel Action war, musste ich immer noch einmal in das richtige Nest hineingehen, wo dann natürlich auch wieder einmal eine Königin auf mich wartete. Gar kein Bock auf das Viech da. Aber was soll's. Wir müssen ihn ausschalten, sonst kommen wir nicht zum Blut. Ja, 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 das sieht gut aus. Und mit dem Schild in den Nahkampf gehen. Komm, let's go. Nein, 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 nein. Der macht so viel Schaden. Oh, er ist down, er ist down. Schnell raus hier. Zum Glück ging es gerade so noch einmal gut aus und ich überlebte das Ganze mit einem halben Herz. Aber ich bin mir sehr sicher, dass da noch welche sind. Was ist das? Das ist ein Skorpion oder sowas. Und hier scheinen noch ein paar zu sein, die gerade erst geschlüpft sind. Ey, das ist so eklig hier, Leute. Ich möchte hier eigentlich einfach nur raus. Aber hier hinten ist irgendwo der Lootraum. Hier befindet sich der Stuff drin. Das ist uninteressant. Ein Relic Scrap. Ja, kann man mitnehmen. Ein Bio-Fossil. Oh, Sugar Canes. Das ist auch sehr nice. Oh, nee. Der kommt auf mich zu auf einmal. Nein, 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 nein. Ach du Kacke. Der ist ja richtig stark nochmal. Oh, was passiert hier mit mir? Eieiei. Ja, und in diesem Sinne hatte ich nun endgültig keinen Bock mehr auf dieses Ameisennest, rannte nach draußen und legte mich in der Nähe von Dilo schlafen. Den kompletten Tag 49 verbrachte ich dann hauptsächlich damit, aus dieser Wüste wieder herauszufinden. Zum Glück kam ich dabei dann relativ schnell in die Nähe der Vulkane, von wo er sich den Weg nach Hause nämlich schon kannte. Nein! Dilo, du darfst die Kühe nicht essen. Eieiei. Was war das denn bitte, Kollege? Nee, dann musst du nach draußen. Was soll ich sagen? Dilo und die Kühe haben sich anscheinend nicht wirklich gut verstanden, weshalb Dilo fürs erste draußen in einem Loch bleiben musste. Sorry, Kollege. An Tag 50 wollte ich dann nur noch einmal kurz einen kleinen Spaziergang machen und gucken, was sich eigentlich hinter den beiden Vulkanen befindet. Dort hatte ich bis jetzt nämlich noch gar nicht vorbeigeschaut. Ach, du Kacke, Leute. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Entweder ist der Vulkan gerade dabei auszubrechen oder, was ich leider eher vermute, das hier ist gerade erst der Anfang. Schaut euch mal an, wie viel Lava darunter fließt. Ey, da muss ich echt vorsichtig sein. Ich brauche auf jeden Fall... Oh mein Gott, wer ist er denn? Ein Alusaurus schon wieder. Ey, habe ich mich erschrocken. Was ich eigentlich sagen wollte, ich muss auf jeden Fall einen Plan B haben, falls es hier wirklich zu einer Katastrophe kommt. Hoffen wir einfach mal, dass dieser Vulkan momentan nur ein bisschen Lava ausspuckt und es auch dabei bleibt. Ich erkundete dann den restlichen Tag auf jeden Fall die Landschaft noch ein wenig und fand diesen doch ziemlich hübschen Sumpf, in dem ich ein bisschen baden ging. Als es dann langsam dunkel wurde, machte ich mich wieder zurück nach Hause und legte mich schlafen. Am Morgen von Tag 51 vermehrte ich als erstes einmal die Kühe und wollte danach mit einem kleinen, sehr interessanten Experiment anfangen. Okay Leute, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, als wir diese ganzen fleischfressenden Pflanzen getötet haben. Da haben wir diese Samen hier bekommen, das heißt man kann die irgendwie selber anpflanzen. Ich würde sagen, wir gehen dafür einfach mal hier ein bisschen hinter unsere Base, vielleicht einfach mal hier so ein bisschen in den Schatten und mal gucken. Ich rechtsklick das Ding jetzt einfach einmal auf den Boden. Ich bin sehr gespannt, was damit passiert. Wir werden die Tage mal wieder vorbeischauen. Vielleicht können wir dann unsere eigene fleischfressende Pflanzenarmee machen. Das wäre auf jeden Fall eigentlich ziemlich cool. Jawohl, den restlichen Tag bereitete ich mich dann mal wieder auf eine kleine Erkundungstour vor, welche ich am nächsten Tag beginnen wollte. Davor fand ich rechts neben meiner Base allerdings noch ein bisschen Asche aus Sand, welche entweder vom Vulkan oder durch ein Tornado dahin geschleudert wurde. Am Abend wollte ich dann außerdem noch einen von unseren Dinosauriern einen richtigen Namen geben. Das hatte ich bis jetzt nämlich ganz vergessen. Ja Kollege, was geht? Für dich brauchen wir auch nochmal einen Namen, ne? Äh, wie wär's mit Padro? Du heißt Padro. Ist ein geiler Name. Ja, freust du dir auch drüber, ne? Am nächsten Tag war es dann soweit und ich war ready, die Erkundungstour zu starten. Okay Leute, let's go. Wir gehen nochmal zurück zu dem Sumpf, an dem wir an Tag 50 schon waren, weil ich hätte Bock das noch weiter zu erkunden. War echt schick da und ich bin mir sicher, dass wir da auch die eine oder andere Sache finden werden. Ey, ne Leute, ich kann's nicht oft genug sagen, aber irgendwie, da fließt immer mehr Lava runter. Ich sag euch Leute, das sieht momentan auch nicht so aus, aber das wird hier bald richtig ausbrechen. Ja, seitdem ich mir die Idee eines Vulkanausbruchs in den Kopf gesetzt hatte, will sie einfach nicht mehr verschwinden. Immer weiter der Nase nach kam ich dann auf jeden Fall relativ schnell am Sumpf an und machte direkt eine der geilsten Entdeckungen von diesem Projekt. Alter, was ist das denn für ein geiler Frosch? Jo, was geht, ey, du siehst ja so nice aus, einfach so ein fettes Quadrat. Können wir den auch hier mit zähmen? Ne, schade, geht nicht. Ey, dich hätte ich so gerne zu Hause in meiner Base. Komm, ich tu dich hier mal in ein Boot rein. Jawohl, das geht sogar. Boah, Leute, und hier fließt die Lava runter. Kommt, ey, dann müssen wir hier, glaube ich, immer dicht machen. Wir helfen der Natur ein wenig. Es kann ja nicht sein, dass hier einfach alles anfängt abzufackeln, ey. Höh, und wer ist er denn blutesschön? Ey, der sieht auch richtig cool aus. Was leben hier denn für coole Dinosaurier in diesem Sumpf? Und obwohl sich der Sumpf direkt neben dem Vulkan befindet, hatte ich irgendwie Lust, mir hier auch eine kleine Base aufzubauen. Das wäre aber erstmal ein Projekt für einen anderen Tag. Ey, es sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Aber wenn man hier unter Wasser geht, dann sieht man, wie viele Tiere hier eigentlich leben. Richtig viele Tintenfische, man hört die ganzen Frösche. So eine Kreaturen sind hier auch. Das ist echt ein krasses Ökosystem hier. Und ich hoffe, dieser Vulkan wird das nicht zerstören. Von all der Schönheit geblendet, spazier dich dann weiter durch den Sumpf, passte kurz nicht auf und rannte direkt in das Gebiet eines Spinosaurus hinein. Oh mein Gott! Hä? Alter, wo kommt er denn her? Oh nein, 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 er hat mich, glaube ich, gesehen. Das ist nicht gut. Nein, 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 jetzt greift mich irgendwas an. Das ist, glaube ich, schon wieder so ein Moskite oder irgendwie so. Bist du friedlich, Kollege? Oder wieso greifst du mich nicht an? Nein, 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 der ist überhaupt nicht friedlich. Hä? Was macht der mit mir? Ach du Kacke! Nein, 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 nein. Oh Gott, schnell weg hier. Schnell weg, schnell weg. Eieiei. Okay, Spinosaurier sind nicht friedlich, wie ich es mir gedacht hatte. Okay, ich werde jetzt aber weitergehen. Ich glaube, es gefällt dir nämlich nicht so, dass ich hier so lange in seinem Gebiet chille. Den restlichen Tag passierte dann nichts Interessantes mehr, bis ich am Abend eine riesige Höhle fand, die in das Innere des Vulkans reinführte. Erkunden wollte sie fürs Erste allerdings nicht, weshalb ich sie nur als kleinen Unterschlupf für die Nacht verwendete. Oh Leute, es sieht ganz so aus, als wenn sich hier in dem Sumpf noch ein zweiter Spinosaurus befindet. Der andere müsste ein bisschen weiter da hinten sein und hier ist noch einer. Wir gehen einfach ganz langsam und vorsichtig an ihm vorbei. Und als ich dann weiter die Gegend erkundete, passte ich mal wieder kurz nicht auf und es passierte das hier. Hä? Hä, wo bin ich denn hier drin? Ach du Kacke, was ist das denn für ein Motter oder so? Ähm, wieso kann ich das nicht abbauen? Schnell, 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 schnell meine Schaufel. Nein, 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 was passiert hier? Ey, ich versinke, Leute. Nein, 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 das ist überhaupt nicht gut. Wie tief geht das hier bitte? Ey, was mache ich denn jetzt? Ich komme hier nicht mehr raus. Was? Ähm, Leute? Oh mein Gott. Huh. Ey, das wäre es beinahe gewesen, Leute. Okay, so langsam möchte ich irgendwie aus diesem Sumpf hier wieder herauskommen. Überall sind hier komische Moskitos, ein Boden, in dem man einsinken kann, Spinosaurier. Äh, vielleicht doch kein so guter Ort zum Leben. Da hinten ist da eine Vulkan, Leute. Aber irgendwie, wenn man in die Richtung hier weitergeht, muss das ja auch irgendwann mal enden. Jawohl, Leute. Es sieht so aus, als wenn der Sumpf hier ins Meer münden würde. Alter, gönnt euch mal, wie cool das aussieht. Sehr, sehr nice hier auf jeden Fall. Oh, oh, Leute. Das scheint zwei T-Rexe zu sein. Nevermind, sogar drei. Oh, der hat mich gesehen. Ach, du Kacke. Äh, schnell weg hier. Es scheint so, als wenn ich einen anderen Weg gehen müsste, um da hinzukommen. Hä? Oh mein Gott, Leute. Was ist das denn hier für ein kleiner Dinosaurier? Na, was geht, Kollege? Ey, du bist ja winzig. Kurze Zeit später kam ich dann wieder bei den T-Rexen vorbei. Doch wie es scheint, hatten sie gerade erst gegessen und waren deswegen nicht aggressiv auf mich. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch mal an, wie cool das aussieht. Hier ist einfach so ein riesiger Höhlengang. Einmal unter dem Strand hindurch. Und dann kommt man da hinten, glaube ich, wieder an dem Sumpf heraus. Beziehungsweise am Anfang vom Sumpf. Sehr, sehr cool hier. Echt. Okay, ich hätte echt Bock, in diesem Meer hier ein bisschen tauchen zu gehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann sollte man irgendwie... Jawohl, hier so eine Taucherbrille craften können. Dafür brauchen wir Eisen, Strings, Glas und Zuckerrohr. Und dann können wir damit vielleicht ein bisschen auf eine kleine Tauchtour gehen. Das wäre, glaube ich, echt cool, weil vor allem unter Wasser sieht es auch echt friedlich aus. Kein Megalodon, kein Mosasaurus, nur ein paar nette Tintenfische, die einem ja nichts tun. Jawohl, und in diesem Sinne holte ich mir alle Materialien für die Taucherbrille zusammen und konnte sie am Morgen von Tag 56 dann auch schon direkt craften. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert, aber wenn wir uns die jetzt aufsetzen und dann hier ins Wasser gehen, dann verlieren wir anscheinend keine Luftblasen mehr. Sehr nice. Ah ja, Leute, wenn man mit der Maus einmal hier drüber geht, dann sieht man, dass wir noch vier Minuten Luft haben. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf eine kleine Tauchtour. Let's go. Eigentlich erwartete ich jetzt, dass wir unter Wasser richtig viele und coole Schätze entdecken würden, doch davon war leider weit und breit keine Spur. Tatsächlich war es nämlich einfach nur dunkel und leer da unten. Okay, ich habe noch 45 Sekunden auf meiner Taucherbrille, das heißt, ich sollte jetzt glaube ich langsam einmal auftauchen. Nicht, dass das hier dann am Ende mega knapp wird. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie weit es noch nach oben geht. Äh, Oberfläche, kannst du bitte einmal kommen? Huh, jawohl, ey. Oh nein, Leute. Da hinten schwimmt, glaube ich, ein Megalodon rum. Ich glaube, es wäre ganz schlau, sich erst einmal hier auf diese kleine Insel zu begeben. Ich habe nämlich nicht wirklich Lust, von dem gefressen zu werden. Und irgendwo da war der Kollege. Ah ja, ja, und da ist auch noch irgendeine Kreatur. Alter, von wo kommen die auf einmal alle? Okay, ich glaube, ich werde die Nacht erst einmal hier verbringen. Hehe. Am nächsten Morgen craftete ich mir dann ein Boot und beschloss damit, einfach so schnell wie möglich wieder zurück zur Hauptinsel zu schwimmen. Es sieht gut aus. Bis jetzt wurden wir nicht angegriffen und der ist auch nicht in Sichtweite. Huh, okay, das hätten wir geschafft. Keine Ahnung, wo der Megalodon und der Mosasaurus hin sind, aber ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich bin wieder ein Land und da bin ich sicher. Okay, Leute, das Gebiet, in das wir jetzt kommen, scheint ziemlich unfruchtbar zu sein. Nur da hinten sind ein paar Bäume und hier ist einfach nur Erde, Lava und Netherrack. Oh Gott, nevermind, oh, hier scheint wieder so eine schwarze Witwe oder sowas zu sein. Okay, huh, aber die ist zum Glück nicht so stark. Huh? Leute, was ist das da? Das sieht ganz nach irgendeinem Schädelskelett aus von einem Dinosaur. Hier oder von einem Drachen. Ja, tatsächlich, einen Dragon Skull. Es scheint ganz so, als wenn hier mal vor ein paar hundert Jahren vielleicht Drachen gelebt haben. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir hier keinen Lebenden finden, weil das wäre überhaupt nicht cool. Und by the way, wo sind wir eigentlich mittlerweile? Hier zu der Seite ist einfach das Ende der Insel, nur mehr und da ein riesiger Vulkan mit Lavalandschaft. Den Abend verbrachte ich dann nur noch damit, mir einen einigermaßen sicheren Schlafplatz zu suchen und wollte nun am nächsten Morgen einmal auf die Spitze des Vulkans klettern, um von dort aus einen ungefähren Überblick über die umliegende Landschaft zu bekommen. Hier scheint nochmal eine kleine Höhle in dem Vulkan zu sein. Und hier ist auch noch einmal so ein Drachenschädel. Ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht einer drin gelebt hat, in dieser Höhle am Vulkan. Und irgendwann sind hier anscheinend alle ausgestorben. Oh mein Gott, Leute. Das hier ist jetzt wirklich aber die Spitze vom Vulkan. Und das ist überhaupt kein gutes Zeichen, dass die Lava hier so hoch ist. Eigentlich sollte das viel weiter nach unten gehen, bis Lava kommt. Nein, 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 nein. Dieser Vulkan könnte wirklich jeden Moment ausbrechen. Okay, aber ganz ehrlich, einen besseren Überblick habe ich bis jetzt auch noch nicht von hier oben. Überall, wo ich hier eigentlich hingucke, ja, ist nur Lavalandschaft. Da hinten scheint ein kleiner Strand zu sein. Da ist das Meer. Oh mein Gott, und wenn ich das richtig sehe, dann beginnt da die Wüste. Das heißt, ich glaube, ich weiß ungefähr, wo wir sind. Gut, nachdem ich mich nun endlich wieder orientieren konnte, wollte ich mich als nächstes möglichst schnell wieder zurück zu meiner Base begeben. Eigentlich hatte ich dafür einen Weg durch die Wüste geplant, aus dem dann aber leider doch nichts wurde. Ähm, was ist das da für ein riesiger Wurm? Leute, erinnert ihr euch noch, als wir letztes Mal in der Wüste waren? Da waren hier auch so eine Würmer. Aber die waren lange nicht so groß wie der da. Oh mein Gott. Gut, eigentlich wollte ich ja hier eine kleine Abkürzung einmal so quer durch die Wüste nehmen. Aber nach dem, was ich da gerade gesehen habe, glaube ich, werde ich einfach hier den sicheren Weg nehmen. Oh nein, Leute, ich werde hier von ein paar Würmern angegriffen. Alter, wie viele sind das bitte? Okay, die scheinen down zu sein. Da oben ist noch einer. Komm schon. Jawohl, den haben wir auch. Okay, einfach ganz schnell weg hier. Ey, da verfolgt mich doch noch einer, wenn ich das richtig sehe. Komm doch her, Kollege, ja. Ja, Leute, ich glaube, man kann raushören, dass ich echt überhaupt kein Bob mehr auf diese Würmer hatte. Die Nacht verbrachte ich auf jeden Fall am Rande der Wüste in meinem Schlafsack und rannte dann am nächsten Morgen endlich wieder zurück nach Hause. Jawohl, Leute, endlich. Wir sind wieder bei unserer Base angekommen, da ist sie. Das Essen hat perfekt gereicht, ich hatte nur noch ein Fleisch übrig gehabt. Erschöpft von dieser langen Erkundungstour verbrachte ich dann den restlichen Tag relativ entspannt, indem ich zuerst mal wieder die Kühe vermehrte und danach bei der von uns angepflanzten fleischfressenden Pflanze vorbeischaute. Okay, Kollege, bist du hier hinten irgendwie gewachsen oder sowas? Jawohl, das hier sollte er sein, er... Oh, er ist gerade gewachsen, oh mein Gott, wie nice. Ja, wir schauen die Tage mal wieder bei dem vorbei. Ich bin sehr gespannt, ob das dann am Ende so eine richtige fleischfressende Pflanze sein wird. An Tag 61 hatte ich dann Lust, ein paar weitere Dinosaurier zu zähmen, weshalb ich wieder einmal los auf die Suche ging. Okay, Leute, das wird jetzt richtig interessant. Und zwar frage ich mich gerade, ob ich auf so einem Brachiosaurus da hinten reiten kann. Okay, zähmen kann man ihn auf jeden Fall schon mal, das war auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und wenn ich ihn jetzt noch einmal rechts klicke... Ne, es scheint nicht zu klappen, wäre aber auch echt krass gewesen, wenn man auf den reiten könnte. Ähm, wie steht's denn mit so einem Kollegen? Hier, ein Triceratops. Den sollten wir auch easy zähmen können. Jawohl, und wenn wir den jetzt rechts klicken... Perfekt, dann können wir auf ihn reiten. Jawohl, den Kollegen brachte ich dann auch direkt wieder zurück zu meiner Base, ließ ihn aber fürs Erste draußen stehen, da ich es irgendwie nicht geschafft habe, ihn hinein zu bekommen. Ich glaube, er mag es einfach, lieber draußen in der Freiheit zu chillen. Als nächstes hatte ich nun mal wieder Lust, ein wenig an meiner Base weiterzubauen, wofür ich den kompletten Tag 62 zuerst eine Menge Holz und danach eine Menge Steinfarm ginge. Ach so kacke! Ey, auf einmal werde ich von dem hier angegriffen! Ich wollte nur zu meiner Mine gehen, Kollege, entspann dich! Am nächsten Tag konnte es dann mit dem Bauen losgehen. Als erstes wollte ich einen großen Aussichtsturm aufstellen, von welchem ich einen Überblick über meine Base und die umliegende Landschaft hatte. Danach setzte ich mich an ein kleines, richtiges Kuhgehege, damit die Kühe nicht einfach überall in meiner Base herumlaufen können. Ja los, Alter, einer nach dem anderen. Sonst wird das nix. Zum Schluss baute ich dann noch einen kleinen überdachten Bereich, wo mein Lagersystem, meine Öfen und meine Crafting-Ecke unterkamen. Äh, Leute, ich habe keine Ahnung wie, aber der Kollege hat es anscheinend irgendwie nach draußen geschafft. Ja, ist anscheinend ein Escape-Künstler. Kollege, wie hast du das gemacht, Alter? Auf jeden Fall, Leute, die Base sieht jetzt so aus. Wir haben hier einen riesigen Aussichtsturm. Da können wir auch einmal schnell reingehen. Von hier oben kann man nämlich einmal das komplette Gebiet überblicken. Da hinten sieht man lauter Dinos. Da irgendwo sollte der Tyrannosaurus Rex sein. Und ja, das Wichtigste natürlich auch, wir haben einmal einen Überblick über unsere ganze Base hier. Sehr, sehr cool, dieser kleine Tor, meiner Meinung nach. Dann laufen die Kühe jetzt hier nicht mehr wild herum, sondern haben hier auch ein kleines Gehege, ganz allein für sich. Und der Loot, also die Kisten, die Öfen, die Werkbanken stehen jetzt hier unter so einer kleinen Überdachung. Natürlich mittlerweile auch alles einigermaßen geordnet. Muss ja auch langsamer so sein bei Tag 65 oder was wir hier sind. Ein paar kleine Sachen müsste man hier auf jeden Fall nochmal machen, aber das machen wir dann irgendwann andermal. So, Leute, ich wollte hier noch einmal bei der fleischfressenden Pflanze vorbeischauen. Kann es sein, dass der jetzt vielleicht so etwas wie rohes Rindfleisch benötigt? Probieren wir es einmal. Oh ja, er macht den Mund auf. Wie krass. Und jetzt werfe ich das da rein. Oh mein Gott, Leute, der frisst das einfach auf. Hast du Bock auf noch mehr? Nee, er scheint fürs erste Satz zu sein. Alter, wie cool. Ja, ich denke mal, der wird hier wieder weiter wachsen. Wir schauen die Tage wieder vorbei. Als nächstes war es nun mal Zeit, sich eine neue Deerrüstung zu craften, da meine bisherige fast vollständig kaputt war. Leider hatte ich nicht genügend Diamanten dafür, weshalb ich beschloss, erstmal wieder in einer Höhle ein paar Ressourcenfarm zu gehen. Sag mal, was machst du denn da? Kann es sein, dass der hier ein bisschen rumbackt? Ah nee, der schwimmt hier wirklich. Ich glaube, der wurde von einem Tornado hierhin gesteutert. Anders kann ich mir das nicht wirklich erklären. Okay, Leute, da hinten ist der Spinosaurus, der hier immer an diesem See chillt. Da werden wir einmal ganz langsam an ihm vorbeigehen. Hehe, er bemerkt mich doch nicht. Perfekt. Jawohl, und hier irgendwo sollte die Höhle sein. Oh, schaut euch mal an, wie dunkel das da unten ist und wie tief das geht. Eieiei, ich hoffe einfach, wir sehen keine gruseligen Kreaturen. Ich ging immer weiter und tiefer in die Höhle hinein und fand dabei neben einer Menge Eisen und Kohle dann auch etwas, auf das ich überhaupt keine Lust hatte. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass wir hier wieder einer riesigen Spinne begegnen werden. Oh, oh, Leute. Was sehe ich da schon wieder? Es ist alles voll mit Spinnenweben. Und beim letzten Mal, als das so war, haben wir keine wirklich schöne Erfahrung gemacht. Oh mein Gott. Seht ihr, was oben steht? Tarantula Broodmother. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier jetzt eine noch stärkere Spinne auf uns wartet. Ey, das ist hier sogar alles so voll. Es gibt kein Weg hier durch. Was ist das bitte? Ich muss mich hier einfach durchschlagen. Okay, Leute. Keine Ahnung, wo diese Riesenspinne jetzt auf mich wartet, ne? Ich sehe nur Dunkelheit. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Gänsehaut wegen freaking Minecraft bekomme. Ist das so gruselig gerade? Ach, du Scheiße, Leute. Ich glaube, das ist sie. Oh, und da sind ganz viele kleinere Spinnen. Die habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen. Nein, nein, nein. Bleibt mir bloß weg. Bleibt mir bloß weg. Kommt, wir schießen sie einmal mit dem Bogen ab. Mal gucken, wie viel Schaden sie bekommt. Let's go, Leute. Let's go. Wir fangen ein bisschen mit dem Bogen an. Oh mein Gott, die wirft so viele Viecher. Egal, ich werde einfach weiter drauf feuern. Bis jetzt scheint es ganz gut zu funktionieren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Vielleicht kann ich hier irgendwie die Lava zu meinem Vorteil nutzen. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich werde den Apfel essen müssen. Das ist so knapp. Das sieht gar nicht gut aus. Vielleicht, wenn ich hier Lava bei ihr platziere. Okay, sie nimmt sehr viel Schaden davon. Oh, nein, 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 Leute. Das wird richtig knapp. Oh, ich glaube, sie ist tot. Ach du Kacke, was passiert hier? Ei, ei, ei. Was war das bitte? Hier ist irgendeine Rüstung oder so gedroppt. Sehen wir einfach aus wie freaking Spider-Man. Auch sehr geil. Und hier ist so ein Ei gespawnt. Ähm, das nehmen wir auch mal mit. Ey, ich komme überhaupt nicht drauf klar. Das war so gruselig gerade. Ich habe auch nichts mehr zu essen. Ich sollte mir, glaube ich, erst einmal das hier ganz kurz braten, bevor ich weitergehe. Nachdem ich dann das Essen gebraten und mich wieder hochgeheilt hatte, ging das Erkunden der Höhle weiter. Dabei fand ich dann fleißig Eisen und ein paar Diamanten, was bereits für eine deutlich bessere Stimmung nach dieser Aktion gerade eben sorgte. Hä? Leute, was ist denn hier? Ah, ich glaube, hier ist wieder eine von diesen Custom-Höhlen, in denen ich auch schon mal drin war. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal ein bisschen entlang. Und vielleicht komme ich irgendwo an einer interessanten Stelle wieder an die Oberfläche. Eine interessante Stelle war es dann aber nicht so wirklich, da ich einfach irgendwo random im Dschungel wieder herauskam. Okay, wie es scheint, sind wir hier einfach irgendwo mitten im Dschungel wieder rausgekommen. Ich habe also mal wieder keine Ahnung, wo es zurück nach Hause geht. Und was darf mitten im Dschungel natürlich auf gar keinen Fall fehlen, Leute? Richtig, die fleischfressenden Pflanzen. Oh Gott, hier sind wieder fleischfressende Pflanzen. Äh, ei, ei, ei. Ganz schnell wieder zurück. Nein, 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 ich hänge fest, ich hänge fest. Oh Gott, ich hänge fest. Ach, du Kacke, war das knapp. Ey, Leute, obwohl ich so eine volle Tierrüstung anhab, machen die trotzdem so viel Schaden. Ey, Leute, wo bin ich bitteschön? In die Richtung nur Dschungel? In die Richtung auch nur Dschungel? Von da bin ich gekommen? Ich verstehe es gerade absolut nicht. Und vor allem das größte Problem ist, ich habe absolut nichts zu essen mehr. Ah, never mind, man kann diese Tarantula-Beine essen. Äh, das ist ja auch sehr lecker. Ja, Leute, in Notsituationen muss man eben das essen, was die Natur einem bietet. Nachdem ich dann auf jeden Fall noch eine Weile planlos durch den Dschungel ging, fand ich dann auf einmal aus dem Nichts zufällig meine Base wieder. Höh, Leute? Wartet mal ganz kurz, das sieht ganz so aus, als wenn da irgendwo meine Base sein würde. Die Richtung stimmte zwar noch nicht so ganz, aber sie war auf jeden Fall in der Nähe. Wieder zu Hause angekommen, passierte dann den restlichen Tag nicht mehr viel und ich räumte nur noch einmal mein Inventar ein wenig auf. Am nächsten Morgen bemerkte ich dann, dass ich überhaupt nichts Richtiges zu essen mehr hatte, weshalb ich beschloss, auf die Suche nach ein paar Dinosauriern zu gehen. Nee, Kollege, so ein wie dich werde ich nicht töten. Nein, 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 keine Sorge, ich bin nur auf der Suche nach Fleischfressern. Ey, du bist kein Fleischfresser, aber wieso greifst du mich so an? Der verfolgt mich sogar richtig, die sind zu zweit. Sorry, aber dann muss ich ja gegen euch kämpfen. Oh Gott, oh Gott, der hält echt viel aus, der Kollege. Uh, die sind beide down. Was war denn bei denen los? Wieso waren die so aggressiv auf mich? Da ist mal wieder ein Tyrannosaurus Rex, aber ich habe nichts mehr zu essen dabei und auch nicht volle Herzen. Deswegen würde ich mich eher gelieber auf kleinere und schwächere Dinosaurier fokussieren wollen. Nachdem ich dann eine Menge Essen gefarmt hatte, das Rohrefleisch aber noch nicht verzehren wollte, musste ich mich mit drei tapferen Hungerkollen wieder zurück nach Hause begeben, was dann gefühlt den ganzen Tag dauerte. Am Abend schaute ich dann mal wieder bei unserer fleischfressenden Pflanze vorbei und fütterte sie. Danach erntete ich noch das Zuckerrauffeld einmal ab und vermehrte die Kühe miteinander. Ja, ja, Leute, erinnert ihr euch noch daran, als ich gesagt hatte, dass ich vielleicht einen kleinen Unterschlupf im Sumpf bauen wollte? Heute war der Tag dafür gekommen. Ich schnappte mir Dilo und machte mich ohne groß darüber nachzudenken auf den Weg. Ey, Leute, ich bin hier im Sumpf angekommen und Dilo bekommt aus irgendeinem Grund die ganze Zeit Schaden. Keine Ahnung wieso, ich weiß nicht, ob er irgendwie vergiftet ist oder sowas. Oder ob er den Sumpf nicht abkann. Ich werde hier einmal ganz schnell wieder rausgehen. Ja, tatsächlich, irgendwie, ich bin aus dem Sumpf wieder raus und er bekommt kein Damage mehr. Komisch, aber jetzt scheint irgendwie alles gut zu sein. Oh Gott, da ist der Spinosaurus wieder. Hier würde ich auf jeden Fall nicht gerne eine kleine Base aufschlagen. Hier sieht es eigentlich ganz cool aus, so am See. Dann würde da vielleicht die Hütte hinkommen. I like, I like. Hier werden wir uns niederlassen. Den restlichen Tag fing ich dann schon mal damit an, die Bäume abzuholzen und die Landschaft ein wenig zu begradigen. An Tag 72 baute ich zuerst den ungefähren Umriss des Hauses und machte danach einen kleinen Abstecher zurück zur richtigen Base, um ein paar Materialien zu holen. Als nächstes baute ich den Boden und die Wände fertig, welche zu einem großen Teil aus Glas bestehen sollten. Zum Schluss dann noch eine kleine Veranda vor das Haus und eine richtige Tür einbauen. So Leute, ich habe mittlerweile schon sehr viel geschafft. Bis jetzt gefällt mir das Haus richtig gut. Man kommt hier zuerst hoch auf so eine kleine Erhöhung im Balkon. I don't know, wie man das nennt. Und dann kann man hier reingehen. Jetzt bei Nacht sieht man natürlich nicht so viel. Ich werde da mal schlafen gehen, damit ihr seht, was hier eigentlich für eine Aussicht ist. Zack, von hier aus kann man nämlich einmal schön auf diesen kleinen See hier gucken. Und von drinnen, wenn man hier am Glas steht, auch schön auf die Natur. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Äh, ja, Dach und sowas fehlt natürlich noch. Aber ich finde, ich habe jetzt erstmal genug gebaut, deswegen geht es fürs erste Mal wieder zurück zur Base. Zu Hause angekommen, baute ich dann noch unter dem Überwachungsturm einen kleinen Raum, welcher in Zukunft, wenn wir mehr Bücherregale haben, als Level 30 Enchanter dienen soll. So Leute, ich will jetzt einmal ganz kurz beim Vulkan vorbeischauen, wie da so die Situation ist. Also ob ich jetzt irgendwie Angst haben muss, dass der jeden Moment ausbricht und hier eine Katastrophe stattfindet. Wir haben ja schon gelernt, dass da ist der kleine Vulkan und das hier der große, wo oben dieses riesige Lava-Becken ist. Deswegen werde ich auf den da auch einmal rauf gehen, weil da kriegen wir deutlich mehr Informationen her, wie so die aktuelle Situation ist. Mal gucken, Leute, ich bin echt sehr gespannt. Eieieiei, hier ist so viel Lava, das ist echt unglaublich. Okay, aber es scheint so, als wenn das hier nicht weiter angestiegen wäre. Auf den ersten Blick sieht es zumindest nicht so aus. Okay, gut, Leute, das beruhigt mich auf jeden Fall. Ist zwar keine hundertprozentige Bestätigung, dass hier nichts passieren wird, aber auf jeden Fall erst mal ein gutes Zeichen. Jawohl, Leute, und mit diesen doch relativ positiven Nachrichten machte ich mich wieder zurück nach Hause und legte mich schlafen. Tag 76 fing ich wie so oft mal wieder damit an, bei der fleischfressenden Pflanze vorbeizuschauen, um sie zu füttern. So, Kollege, du hast doch bestimmt mal wieder Bock auf was zu essen, oder? Ja, wusste ich's doch. Gönn dir. Ey, der müsste doch auch irgendwann mal wieder wachsen. Wird langsamer Zeit, finde ich. Jaja, fleischfressende Pflanze hin oder her. Fürs nächste hatte ich erstmal einen anderen Plan. Ich fand nämlich heraus, dass es irgendwie möglich sein soll, mit Hilfe eines Analyzers Dinosaurier zu klonen. Ja, ihr habt richtig gehört. Und genau das wollte ich natürlich einmal ausprobieren. Wenn ich mich richtig erinnere, dann sollte das jawohl, hier in der Kiste sein. Dazu brauchen wir noch vier Eisen und bam! Wir können einen Analyzer craften. Leute, mit diesem Analyzer können wir anscheinend DNA produzieren. Hier zum Beispiel von einem Triceratops, indem wir da einfach deren Skelette reintun. Es stellt sich heraus, dass wir dafür ebenfalls noch so ein Culture-Wett benötigen. Und dafür brauchen wir ein Slime-Ball. Um diesen ranzubekommen, wollte ich mich am nächsten Tag auch in den Sumpf begeben. Davor kümmerte ich mich aber noch um ein paar Kleinigkeiten, wie das Zuckerroffeld und das Vermehren der Kühe, um neue Bücherregale für unseren Enchanter craften zu können. Ey, was will er denn von mir bitteschön? Ja, Dilo, mach ihn fertig. Komm, Kollege. Oh, Leute, ich muss richtig aufpassen. Dilo hat die Hälfte seiner Herzen verloren. Im Sumpf angekommen, stellte ich Dilo dann bei unserer kleinen Hütte ab und wartete als nächstes auf den Einbruch der Dunkelheit, damit ein paar Slimes spawnen würden. Oh, Leute, was ist das denn da im Wasser? Das sah aus wie ein Hecht oder sowas. Das wäre ein richtig großer Fisch. Da ist der Kollege, glaube ich. Ähm, ist der böse? Es scheint nicht so zu sein. Oh Gott, hier ist noch einer. Eieiei, die droppen aber einfach nur Fisch. Nachdem ich dann den ganzen Tag damit verbracht hatte, mit Hechten im Wasser rumzuplanschen, war es dann am Abend endlich Zeit, auf die Suche nach ein paar Slimes zu gehen. Okay, Leute, es ist jetzt Nacht und stockdunkel draußen. Ihr seht das. Dilo schläft auch schon. Eieiei, ich hoffe, ich renne nicht in das Spinosauriergebiet rein. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf bei der Dunkelheit. Oh mein Gott, er ist direkt neben mir. Der ist ja auch gerade am Schlafen, Leute. Eieiei, direkt vor mir schläft einfach dieser Spinosaurus, aber er kriegt nix mit. Ich kann hier auch Blöcke abbauen. Ne, er wacht nicht auf. Ja, und nachdem ich ihm noch eine gute Nacht gewünscht hatte, machte ich mich wieder weiter auf die Suche nach Slimes. Okay, Leute, ich habe hier anscheinend sowas wie ein Slime gefunden. Ich weiß nicht, ob das nur so aussieht, aber irgendwie ist der schwarz. Keine Ahnung, was das heißt. Der sollte ja trotzdem ein paar Schleimbälle droppen. Ich hoffe es zumindest. Ach, du Kacke. Nein, 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 ich sehe nichts mehr. Äh, Leute, irgendwie bekomme ich die ganze Zeit Schaden und habe Blindness. Keine Ahnung, was hier los ist. Okay, Leute, es hat endlich aufgehört, aber wir haben keine Schleimbälle, sondern Tardrops bekommen. Zum Glück stellte sich aber heraus, dass man diese auch zum Craften des Culture Vets verwenden kann, weshalb ich mich als nächstes wieder zurück zu unserer Sumpfhütte begeben wollte. Wir haben jetzt hier den Analyzer, mit dem wir irgendwie an DNA rankommen können. Jawohl, dafür müssten wir da zum Beispiel einen Triceratops-Schädel reinpacken und dann hätten wir eine 5%ige Chance, dass wir die DNA bekommen. Und in dem Culture Vet können wir dann aus der DNA hier so ein Triceratops-Spawn-Eck machen, glaube ich. Und dafür brauchen wir noch Bio-Goo, äh, keine Ahnung, wie man das craftet. Okay, diese drei Zutaten sind ja relativ einfach, aber irgendwie brauchen wir dazu noch so ein Dinosaurier-Ei. Jawohl, und um das zu finden, beschloss ich am nächsten Tag eine kleine Wanderung zu starten und einen Ort mit möglichst vielen Dinosauriern zu suchen. Irgendwo dort würde ich ja wohl auch ein Nest mit ein paar Eiern finden. Also, zumindest dachte ich das. Es scheint so, als wenn wir hier wieder am Ende des Toms angekommen wären. Und letztes Mal bin ich dann hier nach links entlang gegangen. Dieses Mal wäre ich dann da rechts ein bisschen rumschauen. Okay, unter Wasser scheint alles relativ friedlich auszusehen. Dann könnte ich ja vom Prinzip ein bisschen mit dem Boot fahren. Und nachdem ich dann schon eine gute Zeit lang um die Insel herumgeschwommen war, fand ich einfach diesen Ort hier wieder. Wartet mal, Leute. Oh mein Gott, hier sind wir gespawnt. Ey, wie krass, wer erinnert sich noch an Tag 1? Da waren wir genau hier. Das da, das war der erste Dinosaurier, den wir gesehen haben. Na, Kollege, schön, dich nochmal wiederzusehen. Er greift mich an. Ey, was ist denn bei ihm los? Okay, ich fahre dann mal weiter. Den kompletten Tag 79 und 80 schwirr mich dann weiter um die Insel herum, bis ich auf einmal aus dem Nichts von einem Megalodon angegriffen wurde. Oh mein Gott, was ist das? Das ist ein Megalodon. Nein, 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 er reißt mich irgendwie nach unten oder sowas. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Holy shit, war das knapp. Wir haben 13 Megalodon-Mit von dem bekommen. Oh Gott, okay, schnell weiter. Gerade nochmal gut gegangen, würde ich sagen. Nach diesem kleinen Schock beschloss ich dann aber auf jeden Fall meine Tour fürs Erste an Land weiter vorzubestreiten. Hä, Leute, hier ist ein fliegender Dinosaurier auf dem Boden. Der greift mich an. Äh, kann ich den vielleicht zähmen? Schade, das funktioniert nicht. Aber wenn wir den killen, jawohl, dann kriegen wir auch seine Skelette. Und wenn alles klappt, dann können wir damit nachher uns einfach selber einen ranzüchten. Das wäre auf jeden Fall nice. Vielleicht können wir da mit dem rumfliegen. Das wäre nämlich richtig geil. An Tag 81 ein bisschen an diesem Ort umgeschaut hatte, fand ich das, weshalb wir eigentlich hier waren. Ein Dinosaurier-Ei. Leute, sehe ich das da richtig, dass da ein Ei liegt? Das sieht ganz danach aus. Und davor sind irgendwie diese beiden Dinosaurier. Das heißt, das könnte deren noch nicht geschlüpftes Dinosaurier-Baby sein. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt hingehen sollte. Die sind bestimmt beide aggressiv, wenn gerade Brütungszeit ist. Ich glaube, da werde ich einen kleinen Plan benötigen. Jawohl, und genau diesen hatte ich auch. Dafür wartete ich, bis es Nacht war und sich die beiden Dinosaurier schlafen legten. Der Plan war nun, mit Hilfe von Leitern und dem daneben stehenden Baum sich von oben langsam an die Eier ranzuschleichen. Okay, Leute, es ist jetzt Nacht. Der eine von den beiden Eltern schläft dort. Den anderen habe ich noch nicht gesehen, aber ich werde mich jetzt langsam zu dem Nest schleichen und versuchen, die Eier zu stehlen. Okay, Leute, das ist hier wirklich Millimeterarbeit. Ich muss jede Leiter unter mir setzen, damit ich nicht nach unten falle. So, da wären wir. Hier ist das Nest und da sind die beiden Eier. Einfach ganz schnell mitnehmen, mitnehmen und wieder hoch hier. Schnell, schnell, schnell. Eieiei, was eine geile Mission hier. Aber wir haben jetzt zwei Tericinosaurus-Eier. Ey, das hat echt geklappt. Ich habe ja ein bisschen gezweifelt, ehrlich gesagt. Leute, irgendwie fühle ich mich ein bisschen fies, dass ich denen jetzt die Eier geklaut habe, aber wir tun es für die Wissenschaft. Es hat einen guten Zweck, beziehungsweise es hat einen guten Zweck für mich. Für die eher weniger. Ja, ja, und mit einem mehr oder weniger schlechten Gewissen war es nun endlich Zeit, sich wieder zurück nach Hause zu begeben und mit dem Klon von Dinosauriern anzufangen. Ähm, Leute, was ist da schon wieder im Wasser? Das sieht mir schon wieder nach einem viel zu gefährlichen Dinosaurier aus. Ähm, ja, hier werden wir anscheinend nicht übers Wasser kommen. Hier sind wir wieder bei diesen riesigen Krokodilen angekommen. Ah, ja, ja, okay, ich würde sagen, wir machen es einfach wie damals. Boot ins Wasser und let's go. Okay, ein Land werden wir auf jeden Fall schon mal wieder. Da sind die beiden, da schleichen wir uns einfach ganz leise vorbei. Okay, huch, das hätten wir geschafft und von hier aus sollten wir eigentlich relativ easy wieder zurück nach Hause kommen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sollte das einfach ein bisschen in die Richtung einmal quer durch den Dschungel sein und dann sollten wir da irgendwann unsere Base sehen. Den restlichen Tag 83 kämpfte ich mich dementsprechend durch den Dschungel durch, legte mich am Abend oben auf den Bäumen schlafen und fand am nächsten Morgen relativ einfach wieder zurück nach Hause. Let's go, Leute, wir kommen perfekt bei meiner Base wieder raus. Sehr, sehr nice. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie runterkommen, ohne zu sterben. Aber das sollte ja kein Problem sein. Oh mein Gott, unsere fleischfressende Pflanze ist gewachsen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er uns angreift, aber macht er das? Wir haben den ja selber hochgezüchtet. Tatsächlich, Leute, der greift mich an. Ja, wow, dann bringt uns das ja gar nichts. Ich dachte, der wäre dann wenigstens lieb. Jo, ein wenig enttäuscht von der fleischfressenden Pflanze räumte ich mein Inventar dann noch ein wenig auf und machte mich wieder zurück zu unserer Sumpfhütte, was leider ein bisschen länger dauerte, da ich Dilo beim letzten Mal dort gelassen hatte und jetzt nicht auf ihm hinreiten konnte. Oh mein Gott, Leute, wer ist denn hier gespawnt? Na, Kollege, was geht? Kann man dich eigentlich zähmen? Nee, leider nicht. Ey, voll cool, wir haben jetzt hier so einen geilen Frosch vor unserer Hütte. Sehr, sehr nice, dann muss ich den gar nicht extra hierhin frachten, haben wir einfach schon einen. Bevor es jetzt mit dem Klon der Dinosaurier losgehen konnte, wollte ich allerdings zuerst einmal das Haus fertig bauen. An Tag 85 setzte ich mich dafür an das Dach und die äußere Fassade. Am nächsten Tag ging es dann an das Innere des Hauses, wofür ich ein paar Holzbalken zum Stabilisieren verlegte, ein Tisch mit den verschiedenen Geräten aufstellte und auf das Dach einen Schornstein und innen drin einen Kamin verbaute. An Tag 87 und 88 in Zukunft auch noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Die Bauarbeiten gingen bis an Tag 89, wo ich dann endlich zum größten Teil fertig war. So Leute, ich habe sehr hart gearbeitet an der kleinen Hütte. Erstmal vorab, ich hatte die Idee, dass wir das hier als so eine Art Labor benutzen, weil wir jetzt hier das mit dem DNA-Klon und Dinosaurier-Klon und so machen. Und ja, es gibt hier ein großes Zimmer. Hier ist so diese Laborecke mit dem Analyzer und dem Culture-Wett. Dicker Kamin, Kisten, unten kommt man hier in den Keller und hier soll dann eigentlich der Hauptpart von dem Labor sein, wo ich dachte, dass wir hier so vielleicht ein paar kleine Dinosaurier einsperren können, ein paar Pflanzen hin, so ein auf Wissenschaftler halt. Ja, wird glaube ich ganz cool sein, bis jetzt ist halt noch alles leer, aber da werde ich mich jetzt ransetzen, das zu füllen. Und in diesem Sinne verbrachte ich den restlichen Tag damit, die einzelnen Räume schon mal auszuholen und setzte schon mal ein paar Glasscheiben davor. Alles, was jetzt noch fehlte, waren ein paar Pflanzen und ein paar Bewohner. Hey! Jo, wieso macht der so viel Schaden? Nein, 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 ey, mich hat auf einmal dieser Dinosaurier mit der Kopfnuss angegriffen. Da hole ich mal sicherheitshalber meinen Boomerang raus. Nachdem die Situation mit dem Kopfnuss-Dinosaurier geklärt war, ging ich weiter durch den Sumpf und nahm alles mögliche an Pflanzen, Pilzen und Lianen mit, was es zu finden gab und dekorierte damit die einzelnen Terrarien unten im Keller. So Leute, ich bin fast komplett fertig. Alles, was noch fehlt, ist, dass ich so einen Kollegen hier. Einmal mit nach unten nehmen wir. Das sollte aber relativ easy gehen. Einfach hier durchs Fenster. Das passt schon. Wir machen ein bisschen kaputt hier. So Kollege, einmal willkommen in deinem neuen Zuhause. Es scheint ihm sehr zu gefallen. Jawohl. Da ein Frosch allerdings ein bisschen zu langweilig wäre, konnte ich natürlich nicht anders und holte noch einen zweiten mit ran. Und damit haben wir auch den zweiten drin. Bam Leute. Let's go. Wir haben jetzt hier vier Räume. Hier so ein bisschen Natur, hier ein bisschen Natur mit Wasser und dann hier ein Frosch und hier ein Frosch. Gefällt mir sehr gut dieser Keller. Hier soll auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hinkommen, aber jetzt reicht es erstmal wieder mitbauen. Genau Leute. Denn jetzt war es endlich Zeit mit dem Klonen der Dinosaurier anzufangen. Und ich dachte mir, den ersten Dinosaurier, den wir einfach mal versuchen zu klonen, wird keiner hiervon sein, sondern ein T-Rex. Und Leute, um das machen zu können, werden wir entweder das Fleisch oder die Knochen von einem Tyrannosaurus-Rex brauchen. Ja, deswegen, ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir werden ein Kellen gehen. Und so wollte ich mich auf die Jagd nach dem König der Dinosaurier machen. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Was ich aber weiß ist, dass ich mich dafür auf jeden Fall noch ein wenig vorbereiten musste. Ich werde mir auch mal dazu diese Explosive Charges craften, weil, wenn wir das mit den Pfeilen verbinden, zack, kriegen wir so Explosive Arrows. Dann verzaubern wir nochmal den Bogen mit... Joa, Power 3 klingt ganz gut. Und ich würde sagen, Leute, wir sind bereit auf die Jagd zu gehen. Damals war er immer relativ dicht hier bei unserer Base, das ist ein T-Rex. Der scheint aber nicht mehr da zu sein. Okay, mal gucken. Ich werde einfach mal ein bisschen die Gegend erkunden. Irgendwo wird sich ja wohl einer rumtreiben. Nachdem ich dann den halben Tag mit Suchen verbracht hatte, war es am Abend endlich soweit. Und ich stand direkt vor einem. Jawohl, Leute, wenn ich das richtig sehe, dann ist da einer. Ja, das ist ein T-Rex. Ich werde mich hier mal ein bisschen von hinten anschleichen und dann eröffnen wir einfach das Feuer. Okay, Leute, let's go. Wir feuern auf ihn. Oh Gott, nein, 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 nein. Okay, er macht gut Damage, er macht gut Damage. Nein, 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 nein. Ich muss mich erstmal zurückziehen. Oh Gott, ein Herz gehabt. Okay, von hier können wir, glaube ich, gut auf ihn schießen mit den Explosive Arrows. Nice, ich glaube, er ist down. Ja, wir haben ihn, Leute. Und er hat Fleisch gedroppt. Uh, okay, nah ran gehen war keine gute Idee, aber die Explosive Arrows haben richtig gecarried. Alter, und er hat sogar seinen Zahn gedroppt. Genug Items zum Analysieren der T-Rex-DNA hatte ich damit auf jeden Fall. Fürs Erste ging ich jedoch zurück in unsere richtige Base, da ich keine Lust hatte, bei Nacht noch zum Sumpf zu laufen. Am nächsten Tag schnappte ich mir dann Dilo, machte mich auf ins Labor, womit der Moment der Wahrheit endlich gekommen war. Es war Zeit, Gott zu spielen und ein paar Dinosaurier zu klonen. Ich kaufte mir als erstes einmal dieses Bio-Goo hier. Und nun haben wir die Möglichkeit, entweder sein Schädel oder sein Fleisch in den Analyzer zu tun. Der Schädel hat nur eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, die DNA zu geben, aber beim Fleisch 100, deswegen relativ klar. Wir tun das Fleisch einmal rein. Okay, der Analyzer fängt an zu arbeiten und wir sollten hier die DNA bekommen. Zack, tatsächlich. Oh mein Gott. Okay, das hätten wir. Und jetzt der interessante Part. Wir tun die DNA hier in den Culture-Vert, tun unten das Bio-Goo rein und es ist auf jeden Fall schon mal verschwunden. Das hier leuchtet grün. Passieren tut aber, glaube ich, noch nichts. Oh, doch, Leute. Man sieht hier ganz leicht, dass es anfängt zu laden. Okay, das wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Oh, Leute, und schaut mal da. Da ist ein Tyrannosaurus Rex-Embryo. Ai, 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 Leute. Was machen wir hier gerade? Wir klonen einfach ein T-Rex. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, vor lauter Aufregung machte ich dann den kompletten Tag nichts anderes außer warten, bis der Prozess am Abend dann endlich fertig war. Da ist es. Ein Tyrannosaurus-Eck. Alter, wir haben es geschafft. Ey, das hätte ich echt nicht gedacht. Okay, ich weiß nicht genau, wo ich es platzieren soll. Ich tue es einfach erst mal hier hin. Die Frage ist jetzt, wie lange wird das dauern, bis der Kollege ausschlüpft? So lange kann es eigentlich nicht sein, weil wir es ja zum größten Teil hier drin hochgezüchtet haben. Aber wir werden sehen, Leute. Damit ich an Tag 94 dann auch mal etwas anderes machen würde, als wieder nur die ganze Zeit zu warten, beschloss ich, einen kleinen Eintagesausflug in den Dschungel zu machen, um diesen noch weiter zu erkunden. Boah, Leute, ich bin hier gerade auf dem Berg direkt neben meinem Labor da hinten und gönnt euch einfach mal diese Aussicht hier. Da sieht man mal, wie groß dieser Sumpf eigentlich ist. Hä? Leute, was ist das hier? Sieht aus wie eine Art Ruine oder so. Hier ist eine Kiste. Staff of Gaia. Äh, keine Ahnung, was das ist. Kein Plan, was das zu bedeuten hat. Ich werde das auf jeden Fall erst mal beides mitnehmen. Äh, aber sonst ist hier glaube ich nichts. Geht es hier unten vielleicht noch weiter? Sehr mysteriös auf jeden Fall. Okay, ich werde mich hier nochmal ein bisschen umschauen. Vielleicht sind hier ja noch mehr so eine Ruine. Okay, es scheint so, als wenn das die einzige wäre. Ich habe jetzt das Gefühl, diesen ganzen Berg abgesucht, nichts gefunden. Ich glaube, ich werde jetzt erst mal wieder zurück zum Labor gehen und gucken, ob der T-Rex schon geschlüpft ist. Und... Oh mein Gott, er ist geschlüpft! Tatsächlich, Leute! Okay, krass. Es hat echt geklappt. Oh mein Gott. Na, Kollege? Was geht? Ey, er greift mich auch nicht an. Perfekt. Alter, du bist aber schon ganz schön laut dafür, dass du noch so klein bist. Als nächstes war es nun Zeit, ihm draußen ein richtiges Gehege zu bauen, da ich die Vermutung hatte, dass er sonst beim Wachsen das komplette Labor zerstören würde. Zack, Leute, er ist jetzt hier draußen und damit haben wir einfach einen geklonten T-Rex aus der DNA von einem anderen hergestellt. Irgendwie finde ich das aber auch ein bisschen gruselig. Ja, Leute, ich glaube, man merkt, dass ich ein bisschen Schiss vor dieser ganzen Klon-Geschichte hatte. Den restlichen Tag verbrachte ich dann damit, unten im Keller an den Items zu forschen, die wir in der Dschungelruine gefunden hatten und stieß dabei auf eine extrem krasse Theorie. Anscheinend soll es damit möglich sein, ein Portal in eine andere Dimension zu öffnen. Neugierig, wie ich war, holte ich direkt alle Materialien dafür an und wollte das Ganze wirklich einmal ausprobieren. So, Leute, ich glaube, wenn wir hier alles mit Blättern ausfüllen und jetzt das Ding mit diesem Stab hier einmal rechts klicken... Tatsächlich. Dann erschaffen wir ein Portal in eine andere Dimension. Eieiei, Leute. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Aber ich würde sagen, ich muss mich da erstmal ein bisschen drauf vorbereiten. Was haben wir erschaffen, ey? Dieses Labor, es entwickelt sich zu einem ganz komischen Ort. Nachdem ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen hatte und etwas besser equippt war, wollte ich dann an Tag 96 durch das Portal gehen und gucken, wohin es mich bringen würde. So, Leute, ich glaube, ich bin einigermaßen vorbereitet. Keine Ahnung, auf was ich mich jetzt einlasse. Aber ich werde reingehen in das Portal. Hoffen wir, ich werde es überleben. Eieiei, Leute, wo bin ich hier? Sieht mir irgendwie nach einer Art Höhle oder sowas aus? Was ist das hier für eine gruselige Welt? Hier ist irgendwie eine Art Wasser oder so? Mal gucken, ob man da reingehen kann. Nein, kann man nicht. Man bekommt da Schaden drin. Ich komme nicht mehr raus. Eieiei, das war ja mal richtig knapp. Können wir das in einem Eimer mitnehmen? Oh, das ist Säure. Ey, da sieht es nach einer relativ normalen Landschaft aus, ehrlich gesagt. Ja, tatsächlich, sieht es sehr nach Dschungel hier aus. Was ist das bitte für eine Dimension? Da hinten ist auch noch irgendwas Grünes? Oh nein, ich bin hier schon wieder in so einen Treibsand gefallen. Oh mein Gott, aber ich komme noch raus. Ach du Kacke, okay, hier muss man anscheinend auch richtig aufpassen. Ja, Leute, ich hatte echt keine Ahnung, wo ich hier genau gelandet war, war mir aber eigentlich relativ sicher, dass ich nicht alleine hier sein würde. Nichtsdestotrotz erkundete ich weiter die Umgebung, bis auf einmal aus dem Nichts diese Kreaturen hier auftauchten. Okay, bis jetzt sieht diese Dimension doch deutlich friedlicher aus, als ich eigentlich gedacht hätte. Oh, nevermind, hier fliegt irgendwas, das schießt auf mich. Oh Gott, was ist das bitte? Huh, die kommt von allen Seiten. Nein, 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 nein. Was sind das für eine Vögel? Was passiert hier, Leute? Oh Gott, ich muss mich zurückziehen. Alter, ich habe ja keine Chance. Nicht ansatzweise. Nein, 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 nein. Sie haben mich in der Ecke. Ich muss mich runterbauen. Ei, ei, ei. Das war ja mal richtig knapp. Die kamen einfach so aus dem Nichts. Okay, ich bin wieder voll. Da hinten ist einer von ihnen. Den werde ich mit dem Wohnwagen abwerfen. Jawohl, der ist down. Uh, Leute, was war das bitte für ein Hinterhalt? Okay, ich nehme alles zurück, was ich über diese Dimension gesagt habe. Da ist auch nochmal irgendwas gespawnt. Eine riesige Libelle oder sowas. Nein, 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 was macht die denn? Die hebt mich hoch. Nein, 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 bleib mir bloß weg. Ach so, Kacke. Oh Gott. Okay, ich möchte ganz schnell aus diesem Sumpf raus. Einfach schnell weg hier. Schnell, schnell weg. Aus dem Sumpf raus wurde die Situation dann aber nicht gerade besser. Ich wurde von Fliegen angegriffen, wanderte Ewigkeiten durch eine Art Savanne und hatte mittlerweile schon komplett die Orientierung verloren. Hier scheint so etwas wie ein Wüstenbiom zu Beginn. Sieht ehrlich gesagt auch nicht so aus, als wenn es besonders lebensfreundlich wäre. Oh, und wir haben oben auf einmal so eine Bossbar. Äh, hier irgendwo ist anscheinend ein Boss in der Nähe. Okay, da habe ich ja gerade überhaupt keine Lust zu. Hier gibt es auch riesigen Bambus. Einfach richtig krank sieht er aus. Ach so, Kacke, was ist das denn ekliges? Was ist hier los, Leute? Ich bin irgendwo reingefallen. Nein, 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 nein. Alter, macht ja viel Schaden. Bleib bloß weg. Bleib bloß weg. Okay, vielleicht können wir den von hier oben ein bisschen mit dem Bumerang abwerfen. Was ist das bitte für eine Kreatur? Erster und erster und Leute, let's go. Alter, aber wie bin ich jetzt überhaupt hier reingekommen? Was ist das hier für ein Block? Einfach nur Sand steht da. Aber schaut mal, irgendwie wenn man hier rüber geht, man fällt einfach durch. Ich habe jetzt nicht so Bock, hier noch weiter zu gehen, ehrlich gesagt. Das kann ja überall sein. Wie kann ich denn erkennen, ob da jetzt im Sand so eine Falle ist oder nicht? Ja, Leute, so langsam wurde mir das echt zu viel hier in dieser Dimension. Weshalb ich beschlossen, mich wieder auf den Rückweg nach Hause zu machen. Natürlich habe ich keine Ahnung mehr, von wo ich gekommen bin. Das ist überhaupt nicht gut, Leute. Wie soll ich wieder nach Hause kommen? Vielleicht ist es ja noch möglich, ein zweites Portal davon aufzubauen. Aber wenn das nicht klappt, dann wird das, glaube ich, mein Ende hier sein. Hier die Blätter reinsetzen. Bitte, bitte funktioniert es. Oh mein Gott, es klappt. Let's go, Leute. Damit kommen wir wieder zurück. Oh mein Gott, Leute, ich bin irgendwo random im Sumpf. Wir haben es rausgeschafft aus der Dimension. Okay, wenn ich das richtig sehe, dann sollte einfach in die Richtung da hinten das Labor sein. Ja, Leute, und wie ihr oben sehen könnt, waren wir mittlerweile angekommen bei Tag 99. Und alles, was ich noch machte, war nachzudenken. Nachzudenken über das, was wir alles hier in dieser Welt geschafft und erlebt haben. Den Weg durch den Dschungel bezwungen, den Kampf gegen riesige Ameisen und Würmer überlebt, Dinosaurier gezähmt, gejagt, eingefangen und gebändigt. Wir haben den Vulkan erklommen, eine riesige, sichere Base aufgebaut, waren auf dem Grund des Meeres, haben den gefürchteten Megalodon besiegt, sind auf die Jagd nach einem T-Rex gegangen und haben zum Schluss sogar Dinosaurier geklont und ein Portal in eine neue Dimension erschaffen. Es gab nichts, was mich noch hätte aufhalten können. Zumindestens dachte ich das. Bis Tag 100 kam. Ja, ja, Leute, so sollte das Ganze hier also enden. Und obwohl mir wahrscheinlich eigentlich tausend Gedanken in dieser Situation durch den Kopf hätten gehen sollen, fragte ich mich hier am Ende nur eins. Wie war ich eigentlich hierher gekommen? Jawohl, Leute, und das war's auch schon mit dem 100 Tage Dinosaurier-Projekt. Falls du nun noch mehr von sowas sehen willst, kannst du dir jetzt das angezeigte Video anschauen, in dem ich Minecraft mit Riesenbossen gespielt habe. Viel Spaß dabei!